Aber jetzt spielen wir erst mal Resident Evil Gaiden. Moment. Resident Evil Gaiden. Äh, ich würde sagen auf Deutsch. Oh, habt ihr die Sprachausgabe gehört? So. Nachdem der Beat bei der Sprachauswahl schon echt gut war, finde ich, genießt mal die Musik auf dem Startbildschirm jetzt ein bisschen. Appreciated das mal. Das klingt einfach so, als würden da zwei Soundtracks gleichzeitig laufen, die nicht zueinander passen. Immer diese hohen Töne. Was ist da los? Aber glaub mir, das wird noch viel schlimmer. Leider. Oh, das tut richtig weh, oder? Oh. Die hohen Töne, oder? Das bohrt sich richtig ins Hirn. Erinnern mich eher an das Dorf Lavendia aus Pokémon. Ja, da hast du gar nicht unrecht. Das stimmt. Nur nicht so melodisch irgendwie, ne? Okay. Um den weltweiten Machenschaften der üblen Umbrella Pharmaceuticals, das muss ich mit einer coolen Erzählerstimme lesen. Mit der, um den weltweiten Machenschaften der üblen Umbrella Pharmaceutical Incorporation ein Ende zu setzen, wurde eine Untergrundorganisation geblindet. Diese Organisation besteht aus ehemaligen Mitgliedern der Stars und ehemaligen Beschäftigten von Umbrella. Irgendwo in Nordamerika, im Versteck der Untergrundorganisation. 2.30 Uhr. Mit russischen Erzählungen, wir sind ja, wir sind ja in Nordamerika. Melde mich zum Dienst, sagt Barry. Gut, Sie sehen, Barry, ich habe eine äußerst dringliche Mission für Sie. Eine neue Art von bioorganischer Waffe aus dem Umbrella Labor ist entkommen. Diese B.O.W. könnte sich unter den Passagieren des Luxuskreuzer-Fahrschiffs Starlight befinden. Die neue B.O.W. ist sogar in ihrer Humana-Form extrem gefährlich. Leon S. Kennedy von der Polizei von Raccoon City hat die B.O.W. verfolgt. Aber wir haben den Kontakt zu ihm verloren. Sein letzter Bericht kam vor mehr als 24 Stunden. Ziel, finde Leon S. Kennedy und eliminiere die B.O.W. Einsatz via Helikopter. Ort, die Starlight, die momentan auf dem Atlantik kreuzt. Rekolo via Helikopter, der durch Funkauftrag losgeschickt wird. Agent Barry Burton. Viel Glück bei der Mission! Okay, let's... Oh, warte mal, da kommt noch was. Äh, Hauptquartier! Barry, bitte komm! Ja, verstehe, ich höre euch. Over. Du bist jetzt auf dem Seitendeck im zweiten Stock. Geh westlich zur Lobby und von da ins Innere des Schiffes. Sieh dich auf dem Weg nach nützlichen Objekten um. Sie können in Kisten oder ähnlichen Behältern versteckt sein. Das Alarmsymbol zeigt dann, wenn ein Objekt in der Nähe ist. Das ist so die vierte Wand durchbrechend, oder? Du kannst es dann aufheben. Viel Glück, Barry. Over und out. Okay. Let's go, Barry. Ja, es ist das einzige Barry Burton Hauptspiel quasi. Ich meine, okay, in Revelations 2 hat er ja auch sein eigenes Kapitel, ne? Oder seine eigenen Kapitel. Aber das ist ein Spiel, wo Barry Burton eine von drei Hauptfiguren ist quasi hier. Und... Ich finde tatsächlich, dass viele Elemente aus dem Spiel in Revelations 1 und 2 wiederverwendet werden. So skurril es klingt. Aber wir haben das Kreuzfahrtschiff, das wir in Revelations 1 vorfinden. Wir haben Barry Burton als Hauptfigur. Und wir haben Barry Burton, der auf ein kleines Mädchen aufpasst. Genauso wie in Revelations 2. Okay. Also, schauen wir uns nach Objekten um, die in Kisten oder Ähnlichem sich befinden können. So wie diese Kugeln. Diese Kugeln sind Munition für die Pistole. Pistkugeln. Okay, gut. Pistkugeln hätten wir schon mal. Ich muss mal ganz kurz gucken in unser Inventar. Wir haben aktuell unser PDA. Ich weiß nicht genau, was das ist. Gehe nach Westen zur Lobby im zweiten Stock und von da ins Innere des Schiffes. Achte auf Feinde. Okay. Wir haben keine Waffe. Ein Messer mit unendlich Munition und eine Pistole mit 24 Pistkugeln. Let's go, Barry. Ich find, weißte Gameboy Color hin oder her, die hätten ruhig seinen Bart und seine Haare ein bisschen rötlicher machen können. Oder warum sind die komplett schwarz? Und seine Weste ist auch schwarz. Rot ist Barry Signalfarbe. Ein bisschen rot hätten die schon machen können, oder? Na ja. Muss man kurz testen. Okay, genau. Das Kampfsystem ist super weird. Wenn ihr das nicht kennt, ich zeige es euch, wenn es soweit ist. Das ist wirklich komisch. Genau. Wehalten zum Zielen. Hoffen wir, Revelations 2 hält bald einen Nachfolger. Ja, schauen wir. Ich glaube nicht, dass die Story nochmal aufgegriffen wird. Ich kann mir vorstellen, dass in Revelations 3 kommt. Aber wenn, dann wird das was vollkommen anderes machen. Glaube ich. Glaube ich spontan. Dein aktuelles Ziel wird auf deinem PDA angezeigt. Zum Glück haben die auf dem Schiff zufällig Ordner, wo das steht. Wo diese spezifische Information für Barry Burton und seinem PDA irgendwie festgehalten ist aus irgendeinem Grund. Dein PDA zeigt auch alle Informationen, die du schon gefunden hast. Du kannst im Inventar auf dein PDA zugreifen. Dein aktuelles Ziel wird auch auf der Karte angezeigt und rot markiert. Auf der Karte wird in Grün angezeigt, wo du dich momentan aufhältst. Wenn du dein Ziel erfüllt hast, wird der Spielstand gespeichert. Du kannst dann deine Mission weiterspielen, wenn du das Spiel neu startest. An bestimmten Punkten kannst du dein Spiel als Spielstand 1, 2 oder 3 speichern. Ob du wirklich richtig gespeichert hast, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, gut. Danke. Oh oh. Barry, sei vorsichtig. Wir haben in der Lobby Feinde entdeckt. Benutze das Zielsystem zum Angreifen, wenn nötig. Wenn das System aktiviert ist, kannst du auf die Feinde zielen. Wenn ein Feind in Reichweite ist, wird dieses angezeigt. Deaktiviere das Zielsystem, wenn dein Feind in Reichweite ist. Für einen, in Reichweite für einen Kampf ist. Feuer deine Waffe ab, wenn das Ziel auf einer Höhe mit dem Feind ist. Denk daran, dass deine Waffe bei größerer Entfernung weniger Wirkung hat. Vorsicht ist jedoch ratsam. Versuche Konflikte zu vermeiden. Pass da drinnen auf dich auf. Das ist die bescheuertste Erklärung für ein super weirdes Kampfsystem ever. Alles klar. Over und out. Wenn man das zum ersten Mal spielt und das zum ersten Mal liest. Ich hab's ja jetzt schon mal gespielt. Versteht man überhaupt nicht. Oder hat irgendwer von euch irgendwas von dem verstanden, was der erklärt hat? Naja. Okay. Okay. Let's go. Was zum... Was ist mit diesen Leuten geschehen? Sie sind nicht mehr menschlich. Okay. Wir zielen jetzt quasi in diesem Screen auf die Gegner und wechseln dann in diesem Bildschirm. Wo wir immer, wenn der Marker über die Zombies fährt, drücken müssen, damit wir treffen. Und ich mach das grad sehr schlecht. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay. Ich lass den mal ein bisschen näher kommen. Okay. Let's go. She's Barry. Yeah. Und das ist das Kampfsystem. Es ist wirklich ein bisschen komisch. Aber ehrlich gesagt, für Gameboy-Color-Verhältnisse finde ich das sogar ein sehr sinnvolles Kampfsystem. Weil hätte man einfach nur hier jetzt in der Perspektive in Echtzeit geschossen... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen lame gewesen, oder? Manchmal droppen die Zombies sogar Loot. Ich glaub, man kann sagen, das ist das erste Resident Evil, in dem die Gegner Loot droppen, ne? Was dann in Up Resident Evil 4 sehr populär geworden ist. Naja. Ich hab nur Bauernhof verstanden. Ja, eben. Genau. Das mein ich ja. Das ist das Undertale von allen Resident Evil-Spielen. Das ist ein mutiger Vergleich. Oh nein, warte mal. Bin ich dem jetzt reingelaufen? Oh nein, ich dachte, der ist schon tot. Warte mal. Jetzt müssen wir schnell wegschießen, weil jetzt kann uns Schaden machen. Der ist nah genug an uns dran. Der andere ist noch chillig. Da verschwende ich jetzt keine Munition. Ah! So, jetzt Headshot. Schultershot. Und tot. Das werden wir noch sehr oft erleben. Und dieser Soundtrack, der dann immer wieder von den Stöhngeräuschen unterbrochen wird, ne, das ist halt leider so. Wenn du in einem Kampf davonlaufen möchtest, musst du deine Waffe feuern und das Ziel treffen. Zombies werden alles geben, um dich zu treffen, wenn du wegläufst. Wenn du einmal angefangen hast, wegzulaufen, kannst du dich den Kampf nicht wieder anschließen. Die Tutorials sind auch toll, oder? Man versteht überhaupt nichts. Großartig. Aber hey, mir macht das sehr viel mehr Spaß als Survivor 2. Muss ich schon sagen. Da habe ich übrigens auf dem Let's Play-Kanal noch ein paar Folgen vorproduziert. Da sind wir noch nicht fertig. Ich habe mich der Herausforderung gestellt und werde es noch durchspielen. Kann ich schon mal spoilen. Wir werden das Ende sehen. Ich werde es noch durchspielen und ich werde auch das letzte geheime Dokument lesen, das man dann freischaltet. Das uns die wahre Story von Revelations 2 offenbart. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Wird die nächsten Tage, die nächsten Wochen, ne, die nächsten Tage eher kommen. Ah, schnell, Barry! Okay. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss, ist aber nicht schlimm. Ich kann nämlich im Kampfsystem Waffen wechseln. Das ist was, das habe ich lange nicht gecheckt, als ich es zum ersten Mal für den Podcast gespielt habe. Und war sehr verwirrt. Aber jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Boah, der hat uns gut getroffen. Der hat uns die komplette grüne Leiste weggehauen. Aber ist nicht schlimm. Na komm. Das könnt ihr euch jetzt... Aber das ist... Die Situation gerade, die kennen wir ja auch aus den klassischen Resident Evil-Teilen. Dass man mit seinem Messer dasteht und schon die ganze Zeit auf die Gegner einhackt und nur darauf wartet, dass sie endlich in Reichweite kommen. Okay. Gehen wir mal ins zweite Stockwerk und werden gleich attackiert. Das ist jetzt blöd, dass ich keine Pistolenmunition mehr habe, weil jetzt haben wir es mit weiblichen Zombies zu tun. Weibliche Zombies sind im Vergleich zu männlichen giftig, was sie sehr gefährlich macht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt einfach so. Wenn wir von denen getroffen werden, laufen wir immer Gefahr, dass wir vergiftet werden. Und das kann unter Umständen echt nervig sein. Wir können auch mit dem Messer zielen auf die und den Kampf initiieren, aber natürlich haben wir sehr viel weniger Reichweite. Ein bisschen an Maniac Mansion. Mich erinnert es tatsächlich ein bisschen am ehesten an Sweet Home. Das haben wir ja auch angespielt. Ausführlich. Das geistige Vorbild von Resident Evil. Nein, jetzt leben die alle noch. Ich dachte, ich kann die looten, Mensch. Oh, ich bin vergiftet. Damn it. Das ist schlecht. Uiuiuiui. Gelbes Kraut. Heilt uns, glaube ich, aber heilt nicht unbedingt Vergiftung, oder? Naja, genau. Okay. Wir müssen irgendwie Entgiftung kriegen. Das ist auch Design, oder? Ein Sweet Home Remake. Ja, tatsächlich. Das finde ich auch sehr cool. Da hast du recht. Das würde ich auch nehmen. Okay, sehr gut. Wir haben ein lila Kraut bekommen. Das heißt, es sieht aus wie Pulver, aber es heißt Kraut. Und mit dem Purpurkraut können wir uns Vergiftung heilen. Glaube ich zumindest. Ich habe es nicht gelesen. Okay, hier können wir nicht weiter. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Moment, ich muss nur rausfinden, wie. So viele Knöpfe hatte der Game Boy Color nicht. Das kann nicht so schwer sein. Okay. Dann gucken wir hier mal in die verschiedenen Räume. Der ist verschlossen. Oh, da kommen gleich noch zwei weitere. Na gut, okay. Na komm. Ja, da ist sie. Im Kampfreichweite. Na endlich. Aha. Wir sind schon wieder vergiftet. Die Tür ist verbarrikadiert. Die Tür ist auch verbarrikadiert. Das gibt es ja nicht. Moment, ich glaube, die Tür geradeaus war nicht verbarrikadiert, oder? Da war ein anderes Symbol. Doch. Die sind alle verbarrikadiert. Dammit. Und wir haben keinen Heilkraut mehr. Jetzt wird es schon langsam kritisch hier. Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Verdammt nochmal. Ich gehe nochmal ins Erdgeschoss runter. Das könnte ein kurzer Run werden. Vielleicht müssen wir gleich nochmal neu starten. Na komm. Oh. Dass die zuerst kommt, hätte ich nicht gedacht. Oh, die könnten echt Heilkraut droppen, ey. Das wäre schon echt nett. Ja, ja. Das wird später richtig schlimm mit der Orientierung, leider. Das wird, äh, ich, da, da, ja. Müssen wir echt mal gucken. Werden wir schon hinkriegen. Ähm. Hä? Ah ja, hier können wir lang gehen. Begib dich in den Kontrollraum im vierten Stock. Versuche es mit dem Lift im Westen. Vielleicht kannst du Leon mit den Sicherheitskameras finden. Okay. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ende. Die sind auch mit ihrer Sprache sehr, nicht sehr kohärent, ne? Manchmal sagt er over, manchmal sagt er over und aus, manchmal sagt er Ende. Sammle so viele Kräuter wie möglich. Danke. Das ist ein toller Tipp. Ich werde mich, ich werde mich dran halten. Wende ein Kraut aus deinem Inventar an, um deine Lebensenergie wieder herzustellen. Suche Zombies, den, denn, doch, suche Zombies, denn manchmal haben sie, die Kräuter und andere nützliche Objekte bei sich. Okay. Das Spiel ist für den Game Boy Color verfügbar gewesen. Hätte es gerne auf meiner PS5 gespielt. Hm. Das. CTS Pro ist jetzt ein Bird Rider. Yay. Vielen, vielen Dank, Holocop, für das verschenkte Abo. Freut mich sehr. Oh, und Just Smitty. 100 Bits habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Vielen Dank dafür. Das habe ich voll übersehen. Habe ich auch gar nicht gehört. Ich hätte tatsächlich irgendwie auch gern ein, ein, eine, also, keine Ahnung, ich fände es voll cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Spiel noch aktuell zu spielen, ne. Ohne Emulator oder wenn man sich das irgendwo auf Ebay für wirklich einen Game Boy Color holt, geht halt im Grunde nicht und das finde ich sehr schade. Grünes Kraut, das ist doch gut. Aber guck mal, das hat mich technisch tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Also, technisch ist das Spiel für den Game Boy Color sowieso cool, aber guck mal, wenn man in den Schatten geht, wird man wirklich dunkler, ne. Das ist cool. Das ist eine Kleinigkeit, aber für damalige Verhältnisse oder für Game Boy Color Verhältnisse ein ziemlich cooles Detail, muss man sagen. Ist schon fast ein bisschen Metal Gear mäßig, ne. Eine industrielle Sicherung für das Kühlsystem im Kühlraum im ersten Stock. Gut. Oh, guck, und genau so können die Zombies auch im Dunkeln stehen. Ich finde das schon schön. Schön gemacht. So, jetzt komm endlich in Messerreichweite und dropp dann am besten bitte Munition oder so. Also, das Spiel hat ja wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber das kann ich eigentlich im Ernst jetzt gar nicht so teilen. Ich finde das für die technischen Limitationen des Game Boy Colors eigentlich sogar wirklich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Berry Snake, ganz genau. Liebe kostet Minimum 100 Euro. Na, das ist das Problem. Holocop, hey, vielen, vielen Dank für die 100 Bits, Dankeschön. Sehr nett von dir. Ja, eben, das ist halt das Problem, ne. Das Spiel ist halt, wisst ihr, auch wenn man Sachen natürlich immer gebraucht irgendwo finden kann, ist das für mich immer so verlorene Software, die man halt nirgends mehr wirklich kriegen kann. Es sollte halt irgendwie so ein, keine Ahnung, ich würde mir wünschen, dass es so ein Gerät gibt, über das man einfach über eine Online-Bibliothek sämtliche verlorenen, vergessenen Retro-Spiele einfach legal und sicher erwerben kann. Ich würde ja Geld dafür ausgeben, ich würde ja Capcom Geld dafür geben, aber es gibt halt keine Plattform, wo ich das irgendwie kaufen könnte von Capcom. Und das betrifft nicht nur Capcom, das betrifft so viel ältere Spiele und das finde ich wahnsinnig schade, dass das nicht besser konserviert und besser verfügbar gemacht wird. Auch wenn jetzt Gaiden nicht das Resident Evil ist, wo ich sage, oh Leute, das müsst ihr euch unbedingt holen. Aber das betrifft ja auch die Original-Resident-Evil-Trilogie mittlerweile schon. Da wird es ja schon schwierig, dass man die Original-3-Teile spielen kann. Der erste ist, glaube ich, noch über die Playstation 4 und 5 verfügbar, aber nur digital quasi, also nur als Emulation von Playstation 3 oder so, glaube ich. Oder sogar noch älter. Aber 2 und 3 ist ja mittlerweile echt schon schwierig zu kriegen und das finde ich wirklich schade. Ja, ich finde, die müssten viel besser konserviert werden und viel besser auch verfügbar gemacht werden für die Öffentlichkeit. Das finde ich toll. Ullo Korb, nochmal vielen, vielen Dank für die Bits. Kann das sein, dass das nur manchmal einen Sound abspielt und manchmal nicht? Twitch, ey, manchmal. Aber ich habe es ja gesehen. Dankeschön. Es ist sehr nett von dir. Hey, Michaela, danke dir auch. Einen schönen Abend. Ja, die Hautfarbe der Zombies ist auch ein bisschen weird für Resident-Evil-Verhältnisse. Das stimmt, aber gut. Genau, schon allein aus dem Aspekt des Kulturguts heraus. Aber eben auch einfach, damit man sie auch als Privatperson halt einfach spielen kann. 2 und 3 sind richtig rar. Ja, eben. Das ist ja das Problem. 1-Bit ist 1-Cent. Ja, genau. Im Stream gab es den Sound. Okay, dann ist es vielleicht nur hier gerade bei mir ein Fehler. Aber ich sehe es zum Glück in den Notifications wenigstens. Okay, du kannst dich mit den verschiedenen Waffen in deinem Inventar ausrüsten. Du kannst auch während des Kampfes auf dein Inventar zugreifen. Sei aber vorsichtig, denn der Kampf geht dabei weiter. Okay. Danke, seltsame Datei, die ich auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Boden gefunden habe. Gut, dass du mir das sagst. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, ob jetzt in dem Universum Leon noch bei den Stars ist oder nicht. Weil einerseits heißt es, die Organisation besteht aus ehemaligen Stars-Mitgliedern. Und die Organisation hat Leon dahin geschickt. Aber diese Anführerin dieser Organisation sagt irgendwas von wegen, Leon ist noch bei den Stars oder so. Aber ist der jetzt ehemaliger Stars oder nicht ehemalig? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Aber egal. In meinem Herzen wird er immer ein Star sein, Leon. Aber, ja. Jawohl, Pistolenkugeln. Aber ich glaube, die hebe ich mir jetzt ein bisschen auf. Lesen wir erstmal noch diese komische Datei. Benutze den Schlüssel in der Nähe einer Tür, wenn du sie öffnen möchtest. Wow. Danke. Gut, ey. Gut, dass ich dafür ein Tutorial kriege. Geh in dein Inventar, wenn du ein Objekt wie etwa einen Schlüssel benutzen möchtest. Danke. Okay, ich befürchte, da bleibt uns der Kampf jetzt nicht erspart. Da wir nicht so viel Heilung haben, haue ich jetzt unsere Munition raus. Ah, und ich treffe nicht mal. Damn it. Okay, wenn er jetzt aber schon so nah ist, dann nehmen wir das Messer. Komm. Komm her. Komm her. Komm näher. Trau dich. Damn it. Hat uns ordentlich erwischt. Nee, war gar nicht so ein schlimmer Treffer, ehrlich gesagt. Alles gut. Ah, guck mal. Er droppt einen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du die Lifts im Westen des Schiffes bedienen. Ah, ich kann mich erinnern wieder. Das ist ein bisschen ein Problem an dem Spiel. Manchmal muss man gewisse Gegner töten. Während das Spiel einem aber eigentlich sagt, man soll schon kämpfen aus dem Weg gehen. Das ist ein bisschen doof, ne? Dies ist eine Pumpgun, mit der das Ziel nicht leicht ist. Okay. Die aber mittleren Schaden verursacht. Na, das ist doch gut. Mittlerer Schaden ist wahrscheinlich gut. Oh, und Pistolenmunition. Man muss, also ich weiß nicht genau, was auf diesem Schiff los war, aber man muss echt in die Vasen gucken, ne? Ein toter Page. Ach, guck mal. Der Page hat ein bisschen Schubflintenmunition dabei. Warum auch nicht? Ist ja logisch. Okay, jetzt wartet mal ganz kurz. Bevor wir jetzt in den Lift gehen, für den wir den Schlüssel schon gefunden haben, schaue ich mir jetzt aber kurz die anderen Räume an und gucke, ob wir da rein können. Und schieße dem Zombie hier mit der Pumpgun die... Ah, nix schieße ich dem weg, weil ich echt zu doof bin, die zu treffen. Ah, dammit. Oh Gott. Das tut so weh, dass daneben schießen mit dem Ding. Komm näher, ey. Ich kriege es nicht hin. Dankeschön. Ah. Okay, verbarrikadiert. Das ist fast schon eher ein Silent Hill von der Türverbarrikadierungsquote, ne? Na ja. Hi, Raidos. Raidos, Seifi oder so. Willkommen. Ja, ja, natürlich. Wir spielen uns quasi durch die komplette Resident Evil Historie. Deswegen wird nix ausgelassen, natürlich. Wenn ein Zombie dich umklammert, musst du dich bewegen, um dich zu befreien. Dankeschön. Für dieses tolle Tutorial. Oh, ich hab übrigens, äh, ich hab jetzt hier exklusive Weihnachtsholi-Geschmacksrichtungen. Die gibt's nicht mehr. Aber, heute ist der 24. und es ist nach 16 Uhr. Das heißt, ich darf euch schon drüber informieren, dass in zwei Tagen, am 26., zwei neue Geschmacksrichtungen veröffentlicht werden. Und auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich hab sie leider auch noch nicht. Ich werd sie in den nächsten Tagen erst kriegen. Aber, äh, es gibt ja jetzt schon drei verschiedene Hydration-Geschmacksrichtungen, die ich alle drei echt geil finde. Vor allem Kiwi Kirsche. Äh, Kirsch Kiwi. Ist unglaublich lecker. Wirklich, wirklich unglaublich lecker. Kann ich super empfehlen. Und da kommen jetzt die Geschmacksrichtungen Cranberry und Kiwi dazu. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich werd euch nächste Woche auf jeden Fall berichten. Aber, äh, wie gesagt, da ich die anderen drei Hydration-Geschmacksrichtungen echt gut finde, äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Das kann nur lecker werden. Okay, Konzentration. Mist. Gut. Passt schon. Passt schon, Barry. Gut genug. Gut. Na. Ach Gott. Okay, das war's schon wieder mit der Schubflinte. Aber, wir haben 24 Schuss Pistole. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind hier. Okay, unten ist eine Tür. Und durch die können wir gehen. Ach, die geht auch in den Aufzug. Hä? Jetzt muss ich mal kurz fahren mit denen. Ah ja. Aha, jetzt hab ich den Aufzug auf der anderen Seite entbarrikadiert. Ist das ein Wort? Wenn's verbarrikadiert gibt, muss es auch entbarrikadieren geben, find ich. Oh, gleich zwei. Wo kommt denn der zweite her? Den hab ich gar nicht gesehen. Hey, kann das irgendwie sein, dass die Pistole genauso mächtig ist wie die Feder oder das Schwert oder die Schubflinte, mein ich? Du kannst das Zielsystem nutzen, wenn du Feinde angreifen möchtest. Wenn es aktiv ist, kannst du auf Feinde zielen. Wenn ein Feind in Reichweite ist, wird dies angezeigt. Deaktivier das Zielsystem, wenn ein Feind in der Reichweite für einen Kampf gekommen ist. Feuer deine Waffe ab, wenn du den Feind im Visier hast. Denk daran, dass deine Waffe... Das ist alles so... Ich... Das wird... Ich... Wenn man das Kampfsystem kennt, macht das Sinn. Aber es ist alles so... Random Coutervage irgendwie, oder? Denke daran, dass deine Waffe bei höherer Entfernung weniger... Haben wir das nicht schon mal gelesen? Hey, Pistolen-Munition. Dankeschön. Oh, neuer Gegnertyp. Neuer Gegnertyp. Neben männlichen und weiblichen Zombies gibt es nämlich auch noch stärkere Zombies. Das ist aber dann auch fast schon alles im ganzen Spiel. Der Kontrollraum ist bestimmt abgeschlossen. Ich könnte einen Schlüssel gebrauchen. Hm. Okay. Stärkere Zombies. Und die können, äh... Brecheisen mit sich nehmen. Wahrscheinlich Hausmeister Zombies. Das Schiff hatte sehr viele Hausmeister. Halte immer Ausschau nach Panzerung. Rüste dich zu deinem Schutz mit der Panzerung aus, die du findest. Je stärker der Panzer ist, desto weniger Schaden trägst du davon, wenn du getroffen wirst. Ich glaube, ich speichere mal eben kurz. Ist ja auch F1 speichern? Das ist ehrlich gesagt gar nicht... Warte mal kurz. Shift. Shift F1. Alles klar. Äh, je stärker der Panzer ist, desto weniger Schaden, blablabla, genau. Denkt daran, dass solche nützlichen Objekte oft am Schiff liegen gelassen werden. Wer kennt es nicht, oder? Die Kreuzfahrten, wo überall Panzerung von den Leuten liegen gelassen wird. Die können einfach ihre Panzerung nicht aufräumen, wenn die fertig sind mit dem Panzern. Überall liegen die angefangenen Panzerungen auf den Lieden am Pool. Ich hasse es. Halte danach Ausschau und beachte das Alarmsymbol. Okay, ich muss die jetzt, glaube ich, alle töten, weil es könnte wieder sein, dass einer von denen den Schlüssel hat. Solange die ein bisschen Heilung und Munition droppen, ist das ja okay. Nein, du lebst ja noch. Hör auf jetzt. Ja, es stimmt, Einbrecher-Zombies könnten es auch sein, ne? Hausmeister, Einbrecher, alles Mögliche. Es gibt viele Gründe, warum man auf einem Kreuzfahrtschiff ein Brecheisen mit sich führt. Aber guck mal, ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar kein Brecheisen, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Ich glaube tatsächlich, wenn die Nähe an einem dranstehen, sieht das eher so aus, als wären das so Fischerhaken. Was vielleicht so ein bisschen mehr Sinn macht, eventuell. Vielleicht war es ein Fischer-Kreuzfahrtschiff, ne? Auf den oberen Etagen waren die Kreuzfahrtsgäste und unten waren die Fischer, die ihre Netze ausgeworfen haben, während oben die Party ist. Weil warum das trennen? Warum nicht beides in einem? Es ist eigentlich voll effizient. Oh Gott, ich hasse es so. Das Tutorial hat mich schon davor gewarnt, dass es schwer ist, mit der Pumpgun zu schießen, ne? Es sind auch so unglaublich viele Rettungsreifen auf diesem Schiff, ne? Überall. Nur nicht da, wo sie hingehören. Nämlich im Wasser. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin hier. Dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Dammit. Nein, ich werde attackiert. Von zwei gleich. Okay, jetzt müssen wir erstens ganz schnell ein Heilmittel nehmen. Zweitens die Pistole ausrüsten. Dreimal auf den schießen. Daneben. Daneben. Getroffen. Und jetzt noch das Messer. Und jetzt finishen. Finishen. Das war gerade sehr knapp, ey. Er hat ein bisschen Pistolenmonizium für uns gedroppt. Aber ich fürchte, ich muss gleich das letzte Haul... 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 Haulkreid noch nehmen. Hä? Ich verstehe nicht ganz, was das hier ist. Warum schwebt denn hier so ein Balken in der Luft? Naja, gut. Wird schon irgendwie seinen Sinn haben hier. Die Konstruktion. Keine Ahnung. Nein. Die könnten ruhig mehr Munition droppen, finde ich. Und Heilmittel. Okay. Moment. Bin gleich soweit. Komischer Fischerhaken-Zombie. Irgendwie, ne? Die haben zwar die Waffel in der Hand. Aber... Die beißen mich trotzdem. Die haben die nur zur Show. Keine Ahnung. Wie hoch ist die Wertung von Gaten auf Metacritic? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute ehrlich gesagt, das wird so 60er rum sein. So eine 60er-Wertung. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Aber ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir jetzt gerade echt Probleme haben. Hey, dankeschön, JustMitty, für die 100 Bits. Das war ganz off-topic. Aber ich fände für ein neues Gelder als Begleiterin und einen Schör für möglichen Mighty-Flayer-Link-Flayer-Echtkund und die wäre außerhalb der Bulu-Borgias mal kennen. Okay. Ja, ich meine, warum nicht? Hätte ich auch nichts dagegen. Finde ich auch okay. Okay, wir müssen, glaube ich, gegen die kämpfen. Wir kommen sonst nicht weiter. Aber es könnte sein, dass wir jetzt einfach sterben. Okay, ein bisschen Pistolen-Munition, aber wir sind ganz schön im Eimer. Dammit. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Okay, ich laufe komplett falsch. Aber vielleicht ganz gut. Wir brauchen eh einen Schlüssel, ne? Ich muss mich in den Kämpfen echt konzentrieren jetzt. Ich darf nicht so viel daneben schießen. Nein, warum, Barry? Bleib doch nicht stehen. Ah, Moment. Okay. Hallo, Sven. Schön, dass du mit dabei bist im dritten Monat. Dankeschön. Freut mich sehr. Hallo. Okay. Also, die Tür ist verbarrikadiert. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, ich bin hier schon mal komplett umsonst hingelaufen. Ich speichere jetzt mal nochmal mit... Warte mal, das war Shift-F1, oder? Okay. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich halt gegen irgend so ein Zombie kämpfen, damit wir den Schlüssel finden. Was das Ganze halt gerade sehr problematisch macht, weil ich will eigentlich die Kämpfe gerade vermeiden. Okay, wir haben ein Seil gefunden, immerhin. Du hast kein Granatenwehr, du kannst die Munition nicht nehmen. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Das ist so mies. Man kann Munition für Waffen, die man findet, nur mitnehmen, wenn man auch die richtigen Waffen dafür hat, ne? Das ist einfach mega gemein. Barry, durchhalten! Okay, Gott sei Dank. Hier wäre quasi Granatenmunition, aber ich darf sie nicht mitnehmen. In dieser riesigen 100-Personen-Dusche. Das ist schon gemein, oder? Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Ich glaube, wir sind jetzt tot. Das schaffen wir nicht mehr. Ah, you died. Ist das gemein. Oh, wie lade ich? Wie lade ich denn hier? Mit... Achso, einfach nur F1. Alles klar. Ich versuche nochmal, dass wir unten rumgehen. Die weiblichen Sachen sehen aus wie chill. Ich habe es mir auch schon gedacht. Ja, finde ich auch. Also zumindest das Outfit, ne? Total. Es heißt, Fallout 5 wurde nicht vergessen. Es heißt seitens Bethesda aber, dass dies derzeit mit der Entwicklung von TSS 6 und von Starfield zu ausgelastet sind. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ne, ne. Ne, 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 ne. Das glaube ich auch nicht, dass... Das... Ich finde 2030 schon optimistisch, muss ich sagen. Ja. Okay, hier müssen wir rein, glaube ich, ne? Das ist halt wirklich doof. Barry, durchhalten. Oh, da kommt noch jemand. Nee, das glaube ich auch nicht. Dass wir in Fallout 5 in nächster Zeit sehen. Was man aber nicht ausschließen kann, ist, dass wirklich bei... Dass Microsoft quasi jetzt mehr mit der Fallout-Lizenz macht, als es Bethesda machen könnte. Ah, dammit. Vielleicht lade ich tatsächlich mal hier den Spielstand neu, weil da ging es uns noch ein bisschen besser. Nee, stimmt leider überhaupt nicht. Wo sind wir denn? Nee, da geht es uns leider überhaupt nicht besser. Waa, 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 waa. Wir müssen einfach leider... In den Pool können wir auch nicht gehen, oder? Wir müssen einfach jetzt mal... Wisst ihr was? Es hilft dir nichts. Wir müssen jetzt einfach rausfinden, wo der Schlüssel ist. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir neu laden und gezielt, ne, das Schlüsselwächter-Zombie uns holen. Aber leider sind wir so tot, dass das echt nicht gut ist. Es ist immer komplett random, wie aggressiv die sind, ne? Es ist halt jetzt komplett zufällig, ob wir sterben oder nicht. Im Endeffekt, wenn ich in den Kampf gehe. Das ist ein bisschen doof. Mist. Oh, kommt gleich die nächste. Holy shit. Was ist denn hier los? Könnte auch sein, dass ich mit einem Seil irgendwie... Ich hab's mir auch schon gedacht, ne? Hey, das Knuddel! Vielen, vielen Dank für die Sub-Gift! Super nett von dir! Dankeschön! Hurra! Vielleicht hat ja unser PDA irgendwelche Informationen für uns. Nee. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dankeschön, nochmal das Knuddel! Nee, ich muss ehrlich sagen, ich spiel mit dem Gedanken, ob wir nochmal von vorne anfangen, weil ich war ganz am Anfang des Spiels einfach viel zu verschwenderisch. Da hätte ich besser mit meinen Ressourcen haushalten können und sollen. Aber andererseits denke ich mir, komm, da kommen wir schon raus aus der Situation. Das kriegen wir schon hin. Da haben wir schon andere Sachen geschafft. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ich darf halt kein einziges Mal getroffen werden und muss jetzt hier gegen drei Zombies kämpfen, die mich komplett random töten können. Ich hab halt keinen Einfluss drauf. Entweder greifen sie an oder nicht. Ah! Schade, schade. Ich kann höchstens jetzt noch versuchen, dass wir mal eine davon ein bisschen weglocken. Oder weiß ich nicht. Kann ich mich irgendwie anschleichen oder so? Dass wir nicht gleich in den Kampf mit drei verwickelt werden. Ah, okay. Immerhin Pistolenmunition. Das erhöht unsere Überlebenschancen immerhin schon mal ein bisschen. Gut. Ja, genau. Ansonsten starten wir schnell neu, weil wir haben ehrlich gesagt noch nicht viel gemacht. Und da bin ich gleich wieder, wo wir jetzt sind. Das wäre auch okay. Aber ich glaube, ich versuch's mal noch. Headshot! Und wir haben den Schlüssel. Guck, perfekt. Alles gut. Let's go. Wir beißen uns da schon durch, Leute. Jetzt geh ich nochmal da rein. Aber ich glaube, da war leider nix außer die Granatenwerfer-Munition, die ich noch nicht nehmen darf. Aber war nicht da oben irgendwie noch eine Heilung? Ich glaube schon, ne? Ah, das Seil. Ah, auch gut, dass wir das haben. Ne, warte mal. Ist das die richtige Tür? Ich glaube schon. Wartet. Benutzbar. Ja, hab ich den jetzt benutzt? Hä? Barschlüssel. Warte mal. Barschlüssel? Ich muss mal nochmal kurz speichern. Vorsichtshalber. Weil ehrlich gesagt, der Barschlüssel irritiert mich gerade. Wir brauchen eigentlich den... Den Kontrollraumschlüssel. Aber gucken wir mal, ob vielleicht der Raum auf der anderen Seite des Pools, die Bar ist. Es würde Sinn machen, dass die Bar in der Nähe des Pools ist, oder? Tatsächlich. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich versuche jetzt mal, Konflikten ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Guckt, wie mir hier noch Licht und Schatten läuft. Das war schon sehr gut für damalige Verhältnisse. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, warum hier nix ist. Gar nix. Außer ne Falle. Da ist was. Grünes Kraut. Okay, Achtung. Ich bring mich schnell in Sicherheit kurz. Alles ist wieder unter Kontrolle. Ich nehme das grüne Kraut. Die Pistole ist mit 8 Schuss ausgerüstet. Ich versuche trotzdem, Kämpfe zu vermeiden jetzt erstmal. Aber wenn es nicht anders geht, können wir uns jetzt verteidigen. Der ist zum Beispiel gerade ein bisschen sehr nervig hier. Der Fischerhaken-Zombie. Oh, die Baste hat mich gewisst. Come on, der war einen halben Kilometer entfernt von mir. Unfair. Schiebung. So, droppt wenigstens was netterweise. Ah ja, Schrumpflinten-Munition. Habe ich jetzt... Oh, Kampfpanzerung. Sehr gut. Titanium-Panzer. Ausgerüstet. Das ist im Grunde, glaube ich, so eine extra Energieleiste, die wir jetzt haben. Jawohl. Jetzt sieht es gleich ganz anders aus hier. Geht nur mit dem Messer, stelle ich mir witzig vor. Könnte funktionieren, glaube ich. Weil man... Wenn man weiß, welche Zombies man töten muss, damit man alle Schlüssel kriegt und so weiter und so fort, ist das wahrscheinlich gar nicht so schwer. Ich glaube, ein paar Bosskämpfe könnten problematisch werden, nur mit dem Messer. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber könnte funktionieren. Ja. Na guck, jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Heilung hier rein. Alles gut. Ein bisschen Pistolen-Munition. Schön langsam wird's wieder. Puh. Es hat schon so ein bisschen diese Resident Evil-Kurven von Oh mein Gott, ich schaff's nicht mehr. Ich hab keine Ressourcen mehr. Ich bin komplett aufgeschmissen. Hilfe. Hinzu. Ja, jetzt bin ich aber wieder ziemlich krass eigentlich. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und wieder zurück. Geh doch durch die Tür. Die Tür ist von allein wieder zugegangen. Gemeinheit. Aber irgendwie ist es wirklich so, oder? Ich brauch drei Schüsse mit der Pistole und drei mit der Pumpgun. Ich verstehe die Pumpgun nicht. Mit der ist es nur schwerer, dass ich ins Zentrum treffe. Vielleicht ist die Pumpgun eher eine Nahkampfwaffe. Keine Ahnung. Ich bin aktuell auch skeptisch, was Bethesda angeht, sag ich euch ganz ehrlich. Gucken wir erstmal, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Oh oh. Ein noch giftigerer weiblicher Zombie oder so. Ich glaub, die ist nicht wirklich noch giftiger. Die hält nur ein bisschen mehr aus. Oh. Oh, Gemeinheit. Das ist grad echt mies. Der hat mit sowas von daneben geschossen. Das hat wehgetan. Oh mein Gott. Das war grad so ein vernichtend schlechter Kampf für mich. Jetzt ist alles wieder ganz schrecklich. Und wir haben keine Chance mehr. Der ewige Kreislauf. Und ich hätte nicht mal hier reingehen müssen. Im Ernst. Ah. Spiel. Wo muss ich denn hin? Da muss ich, befürchte ich vielleicht doch nochmal in den anderen Raum, wo der andere Zombie auf mich wartet, weil... Das ist kein Granatenwerfer. Sonst wäre hier Granatenwerfer-Munition gewesen. Mann, hätte ich gerne den Granatenwerfer. Also, mich hat Starfield leider nicht abgeholt. Ich hatte große Pläne mit Starfield und hab mich da echt tief reingebegraben und so weiter. Aber nach ein paar Stunden war es mir dann zu langweilig. Leider. Hätte ich... Hätte ich es gehofft, wirklich. Ja, okay. Dann lege ich mich jetzt mit dem im Messer noch an. Hilft dir nix. Komm. Let's go. Ja, es ist natürlich der Letzte hier in dem Raum, oder? Natürlich. Natürlich ist es der Letzte, der den Schlüssel hat, den wir brauchen. Was für eine Gemeinheit ist das eigentlich? Jetzt gehe ich mal unten entlang. Ich glaube, ich bin vorher oben entlang gegangen. Vielleicht finden wir unten noch ein paar Items oder so, die wir mitnehmen können. Irgendeine Heilung oder so wäre schon nett. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei Gaiden leider schnell passieren kann. Dadurch, dass die Kämpfe halt auch einfach wirklich sehr viel Zufall haben. Gerade mit der Angriffsquote der Gegner und so. So, dass man sich einfach in der Sackgasse spielt. Das kann halt sein. So, jetzt müssen wir nur noch einmal um den Pool rum. Ich hoffe, die Gegner sind hier nicht alle respawned. Und dann dürften wir endlich in den Kontrollraum kommen und dann Leon finden, wenn wir Glück haben. Moment mal. Was ist denn das schon wieder? Mit dem Schlüssel kann man die Lifts im Zentrum des Schiffes bedienen. Ah, das ist ja eine Schnitzeljagd. Unglaublich. Ein Mod für Skyblock nur eben über Costume-Vanilla-Rezepte ein solches Skyblock zu ermöglichen. Ich verstehe leider vieles von dem, was du schreibst, nicht. Ich bin da offensichtlich nicht tief genug drin. Weder was Ex-Nihilo ist, noch was die Costume-Rezepte genau bedeuten, noch was ein Skyblock ist. Deswegen, keine Ahnung. Minecraft habe ich echt schon lang nicht mehr gespielt. Bestimmt schon drei Jahre oder so. Da hatten wir immer wieder mal Phasen, wo wir auf stark gemoddeten Servern so richtig krass gebaut haben. Das war schon immer sehr, sehr cool. Okay, auf. Oh nein, ich bin dem so reingelaufen. Das war mega dumm. Wir sind so gut wie tot und haben kein Heilmittel und auch keine Waffen und sind total unbewaffnet. Und der ist ein Arsch und der beißt uns gleich tot. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Aufzugsschlüssel im Zentrum des Schiffes. Hat das was mit denen hier zu tun? Sind das Aufzüge? Es sieht fast so aus. Das könnten Aufzüge sein, oder? Ja, das sind Aufzüge. Moment mal, und jetzt bin ich wieder hier, oder? Hm. Was weiß ich jetzt auch nicht, was uns das gebracht hat. Ist vielleicht in einem der Aufzüge was. Ich habe jetzt quasi eine Abkürzung erschaffen. Wir können jetzt jederzeit hier hoch wieder, okay. Aber was bringt uns das? Ich habe keine Ahnung. PDA, was sagst du zu dem Thema? Suche den Schlüssel für den Kontrollraum im vierten Stock und benutze die Kameras dort. Gut, danke für nix. Da kann ich wahrscheinlich immer noch nicht rein. Nee. Ich habe auch, ich habe auch, ich habe tatsächlich, ah, okay, warte mal ganz kurz. Industrielle Sicherung für das Kühlsystem im Kühlraum im ersten Stock. Da könnte man vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwas irgendwo einsetzen können. Aber ich war noch nie im ersten Stock. Die Aufzüge fahren auch nicht im ersten Stock. Ich schaue mich jetzt trotzdem hier nochmal um. Ja, wir müssen uns hier einfach ein bisschen umschauen, befürchte ich. Gucken wir einfach mal. Irgendwo wird schon der richtige Weg sein. Ich muss halt echt versuchen kämpfen, aus dem Weg zu gehen. Weil jeder einzelne Zombie, jeder einzelne Gegner könnte jetzt unser Ende bedeuten. Es wird brenzlig. Und zumindest teilweise respawnen die, ne? Aber, aber nur manchmal. Ich bin mir nicht sicher, wie da die Regeln sind. Ist das so vielleicht ein riesiges grünes Kraut? Schade, hätte ja sein können. Ich schaue trotzdem mal. Ich würde gerne da nochmal durchkommen, weil ich gerne die ganzen Türen in dem Flur nochmal überprüfen würde. Was ist da eigentlich, wo die Zombies rauskommen? Was ist das für ein Gang? Der wird mir gar nicht wirklich angezeigt. Ah, ist das eine Treppe nach unten etwa? Ah, damn it. Da müsste ich eventuell hin. Aber verdammt sind da viele. Oh, shit. Ich, ich finde die Karte hier ist schon irgendwie brauchbar, aber nicht sehr. Oh Gott, guckt euch meine Lebensenergie an. Da hilft mir auch keine Panzerung mehr, ne? Nein, 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 das ist nicht gut. Aber komm ich an dem vorbei, ist die Frage. Man kann die tatsächlich ein bisschen baiten, ne? Ist schon cool. Okay, wir sind in einem neuen Gebiet. Sehr gefährliche, weibliche, aushaltige Monster-Zombies. Ah, Granatenwerfer-Munition habe ich nicht. Ah, das ist so gemein. Dass das Spiel mir hier die ganze Zeit unter die Nase reibt, dass ich eventuell schon einen Granatenwerfer haben könnte oder sollte oder was weiß ich was. Wirklich mies, oder? Aha, was haben wir denn hier? Ein schmuddeliger Schlüssel für eine der Schiffsküchen im ersten Stock. Hey, ich finde die ganze Zeit Items für den ersten Stock. Und ich habe keine Ahnung, wie wir in den ersten Stock kommen. Wir müssten jetzt im zweiten sein, oder? Nein, wir sind im ersten Stock. Nice, okay, gut. Ich glaube, das ist ein Safe-Wert. Oh, das ist... Oh, warte mal, hat nicht gespeichert, glaube ich, oder? Oh, oh. Ach so, warte. Ich drücke die falschen Tasten. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen umsehen. Wir brauchen echt irgendwie Lut. Und... Kocht das Wasser hier, oder? Kocht das Wasser hier, oder? Warum blubbert das so? Die Musik ist nicht wirklich resitypisch. Nee, aber ich muss sagen, das so Vital Horror Riga... Riga... Ne? Wird schon so ein bisschen aufgefangen, finde ich. Aha, tatsächlich. Die Tür konnten wir aufschließen. Okay, wir haben ein bisschen Heilung wieder. Jetzt gucken wir mal schnell. Vielleicht können wir uns wenigstens wieder ein bisschen herstellen. Wir haben gelbes Kraut und rotes Kraut. Kann ich mir dann nochmal eine Information dazu angucken, was was macht? Dieses... Dieser Kräutermix heilt schwere Schäden. Ne, das können wir aktuell brauchen, glaube ich. Die Kräuter funktionieren auch ein bisschen anders in dem Spiel, offensichtlich. Was ist das für eine Küche? Guckt euch mal an, wie viele Herdplatten hier sind. Und wie viele Öfen. Ist das nicht selbst für eine Großküche ein bisschen zu übertrieben? Ich bin... Ich bin ehrlich gesagt... Keine Ahnung. Aber es kommt mir ein bisschen viel vor. Die Öfen vor allem. Hätte man nicht eher große, anstatt tausend Öfen? Aber wer weiß. Resident Evil 7 ist heute sieben Jahre alt geworden. Tatsächlich? Ach, das ist ja irgendwie nett. So, was ist jetzt das hier gleich nochmal? Industrie-Sicherung für das Kühlsystem im Kühlraum im ersten Stock. Ach, tatsächlich. Hau ab. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Schlüssel ist, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt die Tür aufgeht deswegen. Aber gut. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden aus der Tierkadaver. Mit dem Schlüssel hat man Zutritt zum Bereich der Crew im zweiten Stock. Okay, schon langsam kommen wir der Sache hier eventuell näher. Wir machen das schon gut, habe ich das Gefühl. Ich habe mich am Anfang ein bisschen blöd angestellt und zu viel gekämpft. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt halt auch schon viele Zombies getötet, die uns ansonsten nervig im Weg gestanden wären. Das ist auch okay. Okay, ich schätze mal, müssen wir einfach mal ein paar Türen im zweiten Stock durchprobieren. Ja, die Bakers waren schon wirklich sehr, 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 eine sehr gute Antagonisten-Familie in Resident Evil 2. Die waren schon toll. Die mochte ich auch sehr gerne. Zu Resident Evil 7 kommen wir ja auch noch. Ein bisschen brauchen wir da noch. Wie wir sehen können, sind wir zeitlich noch nicht ganz so weit, ne? Aber wir nähern uns dem an. Das soll wahrscheinlich wirklich von dem Brunnen Wasser sein, das runterträufelt, ne? Aber oben ist gar kein Wasser. Ah doch, guck mal, mach nicht mal. Guckt, da, da, da spritzelt es oben ein bisschen was weg. Na schön. Sie haben ihr Bestes getan, finde ich, um einen Springbrunnen abzubilden hier. Wenn ich nur den Granatenwerfer... Ich habe, ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen haben. Und dass irgendwo der Granatenwerfer sein müsste. Und ich den schon haben müsste. Aber ich wüsste halt echt nicht, wo. Außer irgendein Zombie trägt den mit sich rum, gemeinerweise. Aber wir finden halt einfach überall Granatenmunition, ne? Na komm, mach einen Schritt auf mich zu. Wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen. Ich drücke immer die falschen Tasten. Komm schon, Barry, wir schaffen es. Nein, wir schaffen es an dem leider nicht vorbei. Oh, jetzt müssen wir gegen mindestens zwei, wenn nicht drei kämpfen. Wir haben noch ein Heilkraut im Inventar. Es ist soweit alles gut. Aber mit Messer kämpfen heißt halt, dass man meistens was abkriegt. Mein Gott, war der wieder zäh hier. Unverschämt halt. Unbenutzbar. Du bist unbenutzbar. Ah ja, Heilkraut. Das ist wenigstens nett. Moment mal, die Tür ist offen. Warum waren wir da nicht drin? Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, voll übersehen, oder? Und in dem Waschbecken ist der Granatenwerfer. Das wäre lustig. Aber sehr viel Munition. Das ist eigentlich genauso albern. Die Musik ist schon irgendwie geil. Auf jeden Fall wild, würde ich sagen. Vor allem ist das halt ein Loop. Der wird uns jetzt durch das komplette Spiel begleiten. Glaub nicht, dass sich die nochmal großartig ändern wird. Das bleibt jetzt so für immer. Befürchte ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir im U-Boot oder so nicht. Ah, gucken wir mal. Unbenutzbar. Na gut. Moment mal, und die Tür ist auch offen? Ich habe mich hier überhaupt nicht gut umgesehen, ey. Ich sollte mich schämen. Guckt euch an, was wir hier alles Gutes finden. Manche der Zombies können dich mit ihren Angriffen vergiften. Bei einer Vergiftung leidet deine Lebensenergie eine Weile. Benutze die blauen oder purpuren Kräuter, um dich zu entgiften. Du kannst in der Anzeige erkennen, wenn du vergiftet worden bist. Okay, ich befürchte, gegen die müssen wir kämpfen. So, aber jetzt lasst mich mal kurz auf die Karte gucken. Ich befürchte nämlich, der Schlüssel ist nicht hier. Ja, okay. Wir haben noch eine Tür da vorne. Die müssen wir noch testen. Ansonsten müssen wir nochmal zurück in den Hauptraum. Die hier nämlich. Nein, unnutzbar. Okay, wenn der Schlüssel definitiv für den zweiten Stock ist, müssen wir jetzt zurückgehen. Dann ist es nämlich wahrscheinlich die Tür am ganz anderen Ende des Schiffes, natürlich. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Barry schafft das. Ey, wenn Barry das nicht schafft, oder? Auch wenn er komplett schwarze Haare hat, Barry. Aber vielleicht war das die Phase. Also er war in der Midlife-Crisis und hat sich die Haare nochmal gefärbt oder so. Wer weiß. Wobei auf dem Bild, ne? Naja, gut. Ja, ne, der Loop ist schon. Und dann diese ständige Zombieschrei-Unterbrechung dieser geloopten Musik. Das ist schon auch anstrengend auf Dauer. Aber es geht, ehrlich gesagt. Ich habe tatsächlich schon schlimmere Soundtracks gehört. Gerade bei älteren Spielen. Aber das Schönste ist es nicht. Guckt, ich habe voll gelogen. Es ist ja sogar hier schon in dem Bereich aus irgendeinem Grund eine andere Musik kurz gewesen. Aber warum nur in dem Bereich, weiß ich auch nicht. Aber gut. Unnutzbar? Jetzt weiß ich es aber auch nicht. Hä? Zugriff zu Bereichen der Crew im zweiten Stockwerk. Wir sind doch hier im zweiten Stockwerk, oder? Ach, warte mal. Ich bin jetzt hier ins dritte Stockwerk hochgelaufen. Ah, ja, ja. Ich hätte unten bleiben müssen. Obviously. Da gibt es noch... Ah, okay, okay, okay. Da gibt es noch mehrere Türen. Ich hätte die Treppe nicht hochgehen dürfen. Ist ja auch logisch. Das war jetzt gerade irgendwie voll in Gedanken. Keine Ahnung. So, hier nämlich eventuell noch. Genau. Und ansonsten gibt es ja draußen noch ganz viele Türen. Okay, auch nicht. Ja, ja, ja. Aber ich bin jetzt schon im zweiten Stock, ne? Das ist der zweite Stock. Gut, in der Lobby bin ich aktuell. Dann gehen wir nochmal raus und testen die Tür nochmal draußen. So, schauen wir mal hier. Unnutzbar. Hey, könnten wir uns nicht voll viele... Ich jetzt mal ohne wird Schwimmreifen. So Schwimmreifen. So ein Schwimmreifen um den Hals, um die Taille. Überall Schwimmreifen. Dann ist man doch voll vor Zombie-Bissen sicher. Wo wollen die denn reinbeißen, außer in die Schwimmreifen? Barry? Ich glaube, ich habe einen Unsterblichkeits-Cheat für uns gefunden. So, Schlüsselloch gefunden. Weirder, weirder langer Gang. Weirder Aufzüge. Schauen wir uns mal ein bisschen in den Räumen um. Umgefallene Stühle. Computer. Aber nichts zu looten hier. Überhaupt nichts. Warum existiert der Raum? Verschlossen. Okay, Moment mal. Aha, jetzt bin ich am Bug, glaube ich. Vorne ist der Bug, oder? Ich bin jetzt am Bug des Schiffes. Ich glaube, Hack ist hinten. Ja, ja, wegen... Ja, ja, doch. Komm, Barry, stellen wir uns vorne an die Spitze. Wie bei Titanic. Ich bin der König der Welt! Okay. Jetzt gehen wir wieder Zombies töten. Abnutzen. Ich glaube, die Zombies könnten aus den Schwimmreifen schon Stücke rausbeißen. Aber hier sind so viele Schwimmreife überall. Das könnte reichen. Jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz gucken. Ich bin jetzt hier... Ah, aber... Oh, okay. Alles klar. Alles klar. Ich verstehe. So, Aufzug nach unten und nach oben. Jetzt schaue ich mal schnell auf die Map. Wenn wir nach unten fahren, sind wir in einem komplett neuen Bereich. Wenn wir nach oben fahren, auch. Gut, fahren wir erstmal nach unten. Ich speichere mal. Ich muss euch echt sagen, ich mag das Spiel eigentlich irgendwie. Es ist natürlich jetzt kein großartiges Meisterwerk, aber was erwartet man denn von einem Game Boy Color-Spiel? Also ich finde, denen ist es ziemlich gut gelungen, die Essenz von Resident Evil auf so ein Spiel zu übertragen. Ich finde das nett. Ganz nett. Das trifft es ganz gut. Ich glaube, als Kind hätte ich es cool gefunden. Ein richtig eingesetzter Schweißbrenner schneidet Löcher in Metall. Die Schlüssel für das Sonderlager im ersten Stock sind weg. Der Schweißbrenner könnte hier nützlich sein. Okay. Weiß man halt nicht, was das Sonderlager im ersten Stock sein soll. Aber wir haben jetzt einen Schweißbrenner, mit dem wir das öffnen können. Dann werde ich hier gleich nochmal... Es gibt hier eine Tür. Die versuche ich mal gleich. Ob wir die aufschweißen müssen. Nein. Dann probiere ich mal im Flur die mittlere Tür. Es gibt zwei Türen, die ich jetzt versuche, bevor wir in den zweiten Stock fahren. Bei einem Sonderlager würde ich mich schon gern reinschmeißen. Als Resident Evil Game ist es Trash, aber allgemein, als das betrachtet, was es ist, ist es nicht allzu schlecht. Bis auf die Mucke. Ich finde es auch als Resident Evil Spiel irgendwie okay. Keine Ahnung. Wie will man denn ordentlich ein Resident Evil Spiel auf den Game Boy bringen? Vielleicht war das schon der Fehler, das überhaupt zu versuchen. Aber dafür, was sie gemacht haben, für die Möglichkeiten, finde ich voll in Ordnung. Ich finde die Titelmusik ganz am Anfang beim Sprachauswahlbildschirm, die rockt richtig. Als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, dachte ich mir noch so, holy shit, das ist ja richtig gut, ey, das haut rein, yes. Aber dann wird es irgendwie immer schlimmer mit der Musik. Okay, ich befürchte, ich gehe nochmal den blöden Weg da entlang, weil ich will gucken, ob da irgendwo mit dem Schweißbrenner wir uns Zugriff verschaffen können zu einem Sonderlager irgendeiner Form. Das klingt halt gut, Sonderlager. Ich weiß halt nicht, was da gelagert wird. Wahrscheinlich radioaktiver Müll oder so, ne? Aber man muss immer nachgucken, finde ich. Nein, Barry! Warum lässt du dich denn ins Bein beißen? Was soll das? Komm näher jetzt! Warum kommt er nicht näher? Ach, guck, Pistolenmunition, das ist nett. Die ist mir gerade ausgegangen. Okay, da haben wir jetzt drei Türen an denen, aber warum sollte ich mit dem Schweißbrenner eine Holztür aufbrennen? Ich schätze, das würde schon auch funktionieren, aber da stand irgendwas von Metalltüren schweißen und so, deswegen glaube ich es eher nicht. Genau, und hier haben wir noch eine Tür. Wenn es die auch nicht ist, dann weiß ich, dann haben wir die noch nicht gefunden. Ne, schade. Dann können wir da wahrscheinlich noch nicht hin. Naja, okay. Resident Evil und Batman als Crossover wäre witzig. Es gibt doch bestimmt auch, ich kenne mich da nicht so aus, ich kenne nur Marvel vs. Zombies oder Marvel Zombies. Aber es gibt doch bestimmt auch so ein DC-Zombie-Universum, oder? Trau ich mich wetten. Ich meine, Zombie-Ausbruch auf dem Schiff, schön und gut, aber warum sind eigentlich überall so riesige Löcher in dem Boden? Überall. Das ist nur, der komplett zertrümmert das Schiff. Das sieht aus, als hätte da so ein altes Piratenschiff mit seinen Kanonen draufgeschossen, oder so. Okay, mit den Schweißbrennern kommen wir nie, kommen wir nirgends rein, aktuell anscheinend. Dann fahren wir jetzt in den zweiten Stock hoch und gucken mal, wo wir da hinkommen. Marvel vs. Capcom gibt es auch, ja genau, das stimmt. Da gibt es ja in irgendeinem Teil zumindest auch Nemesis als, als Kampffigur. Aber, aber DC vs. Capcom gibt es glaube ich nicht. Insofern kann Batman nicht gegen Zombies kämpfen. Okay, ich bin irgendwo im dritten Stock. Hier ist eine Versch... Da sind einfach zwei verschlossene Türen, na wunderbar. Okay. Das ist jetzt ein bisschen... Ah, ich kann noch höher fahren. Yes! Okay, gut. Oh, aber hier kann ich den Aufzug nicht öffnen. Ähm. Fahr ich mal mit dem anderen. Hä? Schweiß die Tür auf! Okay, ich kann zwar mit dem Aufzug hier hochfahren, aber ich kann hier oben die Tür nicht öffnen. Okay, das ist schlecht. Hier sind zwei Türen, die ich aber nicht öffnen kann. Und hier geht es auch nicht wirklich weiter. Und ich habe das Schweißgerät bei allen Türen, die noch zu sind, im zweiten Stock versucht. Hat nirgends funktioniert. Das ist jetzt schlecht. Wo ist der Granatenwerfer, ne? Fragen über Fragen. Okay. Richtig eingesetzter Schweißbrenner. Löcher in Metall. Schlüssel für die Sonderanlage im ersten Stock ist weg. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit im zweiten Stock versucht, Türen zu öffnen, ne? Ich trottel. Das ist das Problem. Ganz genau. Dann. Okay, alles gut. Nee, warte mal. Wirklich? Ja, versuchen wir es mal. Ich fahre mal hier in den ersten Stock runter. Da ist zumindest eine Tür, ne? Dann wäre nämlich eigentlich die Tür, wo man den Schweißbrenner braucht, direkt neben dem Schweißbrenner. Und ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ach, ich kann sogar die Tür einfach so öffnen. Okay. Ich habe einfach nur eine Tür übersehen. Das ist natürlich auch okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen wie so ein Kinder-Xylophon, oder? Oh, jetzt setzt der Beat ein. Oh mein Gott, was ist denn das hier unten für ein Lagerraum-Experiment? Ich dachte, wir haben schon etabliert, dass hier unten die Fischer waren. Oh, warte mal. Ah, mit dieser Zugangskarte kann man den Computerraum im dritten Stock betreten. Ich glaube, das ist das, wonach wir die ganze Zeit suchen, damit wir Leon endlich kontaktieren können. Das ist echt ein bisschen crazy. Das ist nämlich noch nicht so lange her, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ein Jahr vielleicht, eventuell. Und ich habe das definitiv so weit gespielt, bis man drei Party-Mitglieder hat. Und ich kann mich an das hier alles nicht mehr erinnern. Oh, industrielles Werkzeug wird zum Öffnen verschlossener oder blockierter Türen benutzt. Vielleicht kann man damit die blockierten Türen des Crew-Raums im zweiten Stock öffnen. Was ich hier nicht alles finde. Man muss sich echt gut umschauen. Ja, ja, genau, 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 genau. Das Snowboard-Spiel für die PlayStation 1 kenne ich auch. Mir fällt der Name aber gerade auch nicht ein. Da gibt es einen Zombie als Bonus-Charakter zusätzlich zu Leon und Claire, glaube ich. Chill, meinst du? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Leon und ein Zombie und irgendeine weibliche Figur aus der Resident Evil-Reihe. Okay, die Tür hier ist verschlossen. Aber was ist, wenn ich das Brecheisen einfach benutze? Dann passiert gar nichts. Okay, hätte ja sein können. Na gut. Dann haben wir wieder neue Anhaltspunkte gefunden. Dann werden wir jetzt zum hundertsten Mal im zweiten Stock durch diesen einen Gang da laufen, weil wir jetzt mit dem Brecheisen mindestens eventuell zwei neue Türen öffnen können. Und dann können wir zu Leon, würde ich sagen. Ja, gucken wir mal. Ich probiere jetzt das Brecheisen mal an allen Türen im zweiten Stock. Auch wenn ich glaube, ich weiß, was mit den Crew-Türen gemeint ist. Ah! Vergess, was ich gesagt habe. Die Tür hätte ich nicht erwartet und das ist die richtige. Okay. Well-played-Spiel. Well-played. Ich dachte, es sind die beiden anderen Türen in dem Flur. Ah! Wieder kein Granatenwerfer. Mit dem Feuerlöscher kann man gefährliche Brände löschen. Könntet ihr euch irgendwo an ein Feuer erinnern, das wir schon mal getroffen haben? Ich glaube, bis jetzt noch nicht eigentlich, oder? Okay, dann fahren wir jetzt, oder? Wartet mal schnell. Nee, das geht nicht. Dann losse ich jetzt. Ah ja, genau. Ich weiß schon. Ich muss jetzt in die Hauptzahl, muss die Treppe hochgehen. Und dann kann ich da die Aufzüge nutzen. als eine Abkürzung für einen Kontrollraum, wo wir dann die Sicherheitskameras benutzen, um Leon zu finden. So. Aber jetzt schaue ich noch mal kurz ins Inventar, dass ich auch wirklich das Richtige habe. Die Computerkarte, da steht, Computerraum im dritten Stock. Und im PDA steht, such den Schlüssel zum Kontrollraum im vierten Stock. Okay, vergesst es. Wir sind immer noch nicht bei Leon. Wir müssen erst zum Computerraum im dritten Stock. Okay, dann fahre ich jetzt noch mal mit dem Aufzüge den dritten Stock hoch. Oh je, oh je. Ich kenne aus dem DC-Universum nicht viel, aber ich habe mir tatsächlich so ein paar Videos über DC-Comics angeguckt, ohne die Comics zu kennen. Und es gibt ja da so eine ganze Reihe mit dem Batman Who Laughs, der, glaube ich, eigentlich der Joker ist. Aber irgendwie, oder ist es Bruce Wayne, der nur vom Joker verändert wurde? Auf jeden Fall so eine bizarro Version von Batman, der super grausam und super böse ist. Und der infiziert irgendwie alle anderen mit seinem Lachen-Virus. Und dann werden alle zu so einer Art Zombies. Nicht wirklich, aber halt sehr böse und grausame Personen und so. Das ist, glaube ich, eine coole Reihe. Okay, diese Karte ist für den Datenraum im ersten Stock. Also, gerade übertreiben Sie diese Schnitzeljagd ein bisschen für meinen Geschmack. Du benötigst die Zugangskarten des Computerraums, um ihn neu zu starten. Die Operator, die ihn bedienen, sind oft in der Pianobar im zweiten Stock. Die Pianobar im zweiten Stock, das war der Hinweis. Wisst ihr was, da schreibe ich mir, da mache ich mir jetzt schnell eine Notiz-Vorsichtshalber. Ich habe hier noch meine Silent Hill-Zettel. Dann nehme ich die Rückseite. Dass uns der Umbrella-Notizblock nicht ausgeht, das wäre schade drum. Also. Oh, what happened? Hä? Hallo? Okay. Pianobar, zweiter Stock. Schreibe ich mir mal auf für später. Zählt Resident Evil zum Kanon? Nein. Also, wenn es dir nur um die Kanon-Reihe geht, kannst du Guiden weglassen. Wollte demnächst auch mal die ganze Reihe chronologisch nach Timeline zocken. Nee, dann kannst du Guiden auslassen. Das ist nur... Das ist nur ein... Oh. Was mache ich denn? Das ist quasi nachträglich aus dem Kanon entfernt worden. Okay, wir befinden uns jetzt im dritten Stock. Im zweiten Stock die Pianobar. Nee, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. In einem anderen Stockwerk hatten wir schon mal eine Bar. Und ansonsten habe ich jetzt für... Für was den Schlüssel gleich nochmal gekriegt? Die Schlüsselkarte. Für den Datenraum im ersten Stock. Okay. Das kann eigentlich fast nur... Das finde ich zwar ganz komisch, aber kann schon sein. Das kann eigentlich aber nach allem, was ich bis jetzt erkundet habe, nur dieser eine Raum im Lagerraum sein. Aber dass der Datenraum im Lagerraum ist, aber warum nicht, kann schon sein. Gucken wir mal. Ja, Gott sei Dank. Okay. Oh, oh. Ein... Ein stärkerer Fischerhaken, Mann. Na, greift doch an. Was denn? Ich sehe doch schon das bessere Zielkreuz, Mann. Boah, der hatte voll mies Reichweite, der Arsch. Der hat uns voll getroffen. Mit dieser Zugangskarte kann man die Lifts im Osten des Schiffes bedienen. Bei denen war ich... War ich da nicht schon? Dies ist eine Diskette für den Computer im Datenraum im ersten Stock. In dem bin ich doch gerade, oder? Das kenne ich mich aber nicht mehr aus. Das ist doch der Datenraum im ersten Stock. Warte mal. Level 1, erster Stock. Momentan Ort. Daten-Kontroll-Raum. Gibt es einen Unterschied zwischen Daten-Kontroll-Raum und Datenraum? Das wäre irgendwie auch super. Sind das irgendwie so alte Magnetband-Computer zufällig? Nee, also hier kann ich den nicht benutzen. Aber sonst geht es ja eigentlich nicht weiter. Leider, es wäre echt gut, wenn ich die Räume anklicken könnte, um zu sehen, wie die heißen. Aber gut, okay, keine Ahnung. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall, abgesehen von der Diskette, noch einen Liftpass für die Lifts im Osten des Schiffes. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die den Osten der Karte meinen, oder? Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist, dass ich jetzt vielleicht die Türen im vierten Stockwerk öffnen kann damit, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Wie sehen wir eigentlich aus? Gerade so lebensenergiemäßig nicht mehr so ganz gut. Okay, ich verstehe die Karte gerade nicht so ganz, aber das ist tatsächlich einfach eine Sackgasse, alles klar. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, so auf der Brücke oder so, oder? Operationszahl, Moment mal. Das klingt, ich glaube, das ist ein bisschen falsch übersetzt, oder? Ich glaube nicht, dass das Schiff wirklich eine Operationszahl hatte. Mit diesem Schlüssel gelangt man in den Boilerraum im zweiten Stock. Das Spiel übertreibt ein bisschen, wie ich jetzt hier rumgeschickt werde. Das ist ja schön und gut, aber meine Güte. Und ich habe gesagt, Code Veronica hat ein bisschen viel Backtracking, ansonsten ist es fast perfekt. Und dann kommt hier Resident Evil Gaiden und sagt, hold my beer. Aber wir haben schon lange keine Monster mehr gesehen. Außer dem einen im Keller gerade, natürlich, ne? Aber ich finde das fast ganz angenehm eigentlich. Muss sie nicht unbedingt sein. Seitdeck S. Das ist irgendwie viel größer als das andere Seitdeck, aber gut. Aber hier ist auch gar nichts. Manche Räume sind einfach komplett nutzlos, ne? Okay, gut. Dann gehen wir jetzt halt... Wo gehen wir hin? Achtung. Dann gehen wir halt jetzt... ...in den Boilerraum im zweiten Stock. Das mit der Diskette verstehe ich immer noch nicht so ganz. Aber okay. Boilerraum zweiter Stock. Let's go. Es passiert gleich wieder was... Es passiert auch noch was Spannendes in dem Spiel. Ich verspreche es euch. Gerade ist es wirklich ein bisschen... ...monoton, möchte man sagen. Aber es gibt auch wieder coole Passagen. Schauen wir mal, wo der Boilerraum ist. Es gibt nicht so viele Türen hier, die wir durchsuchen können. Ich hab mir jetzt gestern mal Pal World angeguckt. Weil das im Game Pass ist. Das hat so ein bisschen schon vor einiger Zeit, als es angekündigt wurde, Werbung so ein bisschen damit gemacht, dass es Pokémon mit Guns ist. Pokémon mit Waffen. Das war auch so das Einzige, was ich über das Spiel wusste. Und das war so das Bild, das ich davon hatte. Und technisch gesehen bedient es sich auch sehr viel an Pokémon. Aber es ist in Wirklichkeit eher so ein Aufbau-Survival-Spiel. Das hab ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Die Steam-Seite hat außerdem auch ein bisschen Weird-Werbung dafür gemacht. Nee, auch kein Boilerraum. Weil die Steam-Seite hat mir im Grunde gesagt, hier, guck mal, du kannst deine Pokémon, also Pals, wie sie heißen, irgendwie in deinen Fabriken schuften lassen, bis sie tot umfallen. Und du kannst sie essen und so weiter und so fort. Und das Bild, das da auf der Steam-Seite gezeichnet wurde, war irgendwie super düster. So von wegen, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ob ich das spielen will. Aber in Wirklichkeit gibt's diese Mechaniken, die da beschrieben werden. Die sind aber komplett optional und man muss das nicht machen. Und das hab ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum die Steam-Seite suggeriert. Das wär quasi der Sinn des Spiels. Und letztendlich baut man halt so seine Basis auf, ne? Und kann dann seine kleinen Monster in seiner Basis arbeiten lassen. Das ist so das Spiel. Bis jetzt find ich's ganz nett, aber ich hab das Gefühl, ich hab gerade erst angefangen und es wird mir schon ein bisschen zu langweilig. Ich bin gespannt. Ich werd noch ein bisschen mehr reinspielen. Aber bis jetzt ist es eher so, ma, ma, okay. Kann man schon mal machen. Aber huck mich gerade nicht wirklich. Zockst du eigentlich, zockst du eigentlich auch, auch, auch Rollenspiele, nehm ich an. Final Fantasy VII Rebirth kommt ja bald raus. Oh, ich spiel gerade Yakuza. Also Yakuza heißt ja nicht mehr, sondern Like a Dragon Infinite Wealth. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das kann ich euch dringend empfehlen. Das ist wirklich der Hammer. Wenn wir gerade bei JRPGs sind. Da hab ich mich schon drauf gefreut, weil ich den Vorgänger schon sehr mochte. Like a Dragon, äh, Yakuza, Like a Dragon hieß das noch. Und Like a Dragon Infinite Wealth ist wirklich gut. Und ohne, also ohne Witz, das ist wirklich gut. Das begeistert mich immer wieder. Immer wenn man meint, jetzt hat man's verstanden, jetzt hat man alles gesehen, kommt es gleich mit fünf Raketenwerfer-Munition. Und ich hab keinen Raketenwerfer. Kommt es gleich mit fünf neuen Ideen um die Ecke. Es ist der Hammer. Wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir mit den Kronkorken nochmal was einfallen lasse, Leute. Habt ihr Ideen? Hey, das ist eine gute Idee. Schreibt mir bitte auf dem Discord Ideen, was wir mit diesen Kronkorken machen können. Irgendwelche Bonis, die ihr cool fändet. Was hättet ihr denn gerne? Gibt's irgendwas, das ihr euch wünschen würdet? Und Granatenwerfer-Munition. Das Spiel ist so gemein. Das gibt mir Raketenwerfer und Granatenwerfer-Munition. Ich kann nix davon nehmen. Ja, mit der Steamwerbung wollten die also ein bisschen edgy sein, ne? Das verstehe ich schon. Aber das wird halt wirklich so dargestellt, als wäre das das Einzige, was man in dem Spiel machen könnte oder müsste. Das ist es halt gar nicht. Das hat mich irritiert, ehrlich. Weil das hätte mich, wenn das nicht im Game Pass wäre, hätte ich mir das gar nicht angeguckt. Weil das hat mich wirklich so sehr abgeschreckt, dass ich da gar kein Interesse an dem Spiel gehabt hätte, ehrlich gesagt. Weil auf niedliche Tierchen irgendwie zu Tode schuften lassen, da hab ich gar nicht unbedingt so Bock drauf, muss ich sagen. Oh Gott sei Dank mal wieder Munition, die ich brauchen kann. Wenn ich noch einmal Granatenwerfer- oder Raketenwerfer-Munition finde, ohne die dazugehörige... Nein! Sturmgewehr-Munition! Was ist hier los? Hätte ich die Waffen alle schon finden müssen? Ich hoffe nicht. Das macht mich fix und fertig hier. Warum bin ich hier eigentlich? Und nirgends hingegen... Sag mal, hab ich irgendwas... Hab ich irgendwie versehentlich das Spiel kaputt gemacht? Mir kommt's gerade so vor, als hätte ich den Schlüssel, den ich eigentlich hätte finden sollen, nicht gefunden. Und hab stattdessen ganz andere Schlüssel gefunden und bin schon irgendwie viel zu weit. Und eigentlich sollte ich erstmal mit Leon Kontakt aufnehmen und bin schon komplett woanders, als ich sein sollte. Ich weiß es nicht. Abgesehen von sehr viel Munition für Waffen, die ich noch nicht nehmen kann, hab ich jetzt hier überhaupt nichts gefunden. Hey, JustMitty, Dankeschön für die Bits. Eine Idee... Eine Idee für Kronkorken wären SoundAlert. Ja. Aber dann halt eben schon mit etwas mehr Kronkorken oder kleinen Gimmicks. Dass zum Beispiel digitale Objekte auf den Streamer geworfen werden oder bei Gronkh, wo er ein... Kommt. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber StreamAlerts ist auf jeden Fall was... Das ist eine gute Idee. Hab ich mir sogar schon mal angeguckt und wollte ich schon mal aktivieren, aber hab's dann zeitlich nicht mehr geschafft und dann natürlich vergessen. Aber ja, ja, genau. Das ist wirklich eine gute Idee. Hab ich die nicht aktiviert? Nee, hab ich nicht, oder? Das würde ich merken, wenn die aktiviert wären, glaube ich. Das würde ich hören. Okay, hier ist wirklich irgendwie nur sehr viel Munition für Sachen, die ich nicht nutzen kann. So. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich echt nicht mehr weiter weiß. Wir haben einen Feuerlöscher, ich weiß nicht für was. Wir haben ein Seil, ich weiß nicht für was. Und wir haben eine Diskette für den Computer im Datenraum im ersten Stock. Aber ich war in dem Datenraum und da konnte ich die... Ich hab die da gefunden sogar. Außer der Datenraum ist was anderes, als ich denke. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich muss noch mal runtergehen vielleicht. Ich hab halt auch die Diskette überall versucht, ne? Aber das könnte schon auch ein Datenraum sein, ne? Und das sieht aus wie ein Computer. Aber ich konnte die Diskette nirgends benutzen. Unnutzbar. Quatsch. Unnutzbar. Eben. Ja. Ne, ne. Aber Soundalerts ist definitiv ne gute Idee, ja. Das schauen wir uns mal an. Ich weiß nicht. Da unten war so ein kleiner, weirder Computer, ne? So eine kleine, weirde Konsole. Ich weiß nicht, ob ich die Diskette da versucht habe. Ich denke schon. Ja, schade. Und sonst ist ja nix, das wie ein Computer aussieht, wo man die benutzen könnte. Tö, 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 tö. Ich guck jetzt dann mal in dem Guide nach, für was wir die Objekte, die ich jetzt dabei habe, brauchen. Vielleicht hilft uns das. Bevor ich jetzt hier stundenlang rumirre. Das ist ja auch Quatsch. Ich suche mir jetzt einen Resident Evil Guide N. Quasi. Und der Stream hängt auch noch. Neuladen hat geklappt. Ja, aber es ist leider schon wieder meine Internetverbindung so schlecht heute. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich und schade. Ich meine, ihr verpasst jetzt zum Glück gerade nicht viel. Muss man fairerweise auch sagen. Aber ist schon schade. Okay. Während jetzt hier mein Internet eh spinnt und wir vielleicht ein paar Ausfälle haben, gucke ich mal kurz. Das Problem ist, dass wir das jetzt auf Deutsch haben, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf Englisch bessere Guides finden würden. Gucken wir mal, ob es einen deutschen Guide für das Spiel jemals geschrieben wurde online. Nein. Okay. Ich habe hier was gefunden. Das ist zwar Englisch, aber das weiß es. In order to activate the sprinkler system. It is used when you access the control panel in the northwest corner of the data room. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal, lass mich mal im Spiel schnell schauen auf die Karte. Aha. Das ist wo, wo wir glaube ich noch nicht hinkommen. Ne, warte mal. Wie wäre es, wenn du die Kronkorken der Telekom schicken würdest? Ja, das wäre, ich weiß nicht, ob das was hilft, aber würde ich machen, wenn es hilft. Ja. Also, guck mal. Hier. Hä? When you access the control panel in the northwest corner of the data control room. Und der data control room ist hier. Da, wo wir die Diskette gefunden haben. Ich verstehe nicht, ich konnte die irgendwie nicht benutzen. Hm. Keine Ahnung. Warum glaubst du nicht, dass ich in Deutschland wohne? Doch, doch, klar, ich wohne in Bayern. Und ja, leider ist das Standard. Ja. Leider ist das immer noch Standard. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Okay, ich schaue gleich noch, wie man da, für was man das Rope braucht. Wenn wir schon hier sind. Rope. This item is used in cabin F9 in order to reach the unconscious lion. Aha. Aber wahrscheinlich muss ich erst wissen, ich muss mir jetzt mal kurz einen Guide raussuchen. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir witzigerweise schon viel zu weit gespielt haben. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen, äh, irgendwas, irgendwie, äh, habe ich was Wichtiges übersehen und bin schon voll weit ins Spiel vorgedrungen. Ich bin, glaube ich, schon voll weit. Story Characters, Items, blablabla, deswegen finden wir auch voll die krasse Munition für voll die krassen Waffen, die wir eigentlich noch gar nicht haben. Wir sind einfach schon in der Zukunft. Die Zukunft. Ich sage es euch. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was, was Hilfreiches finden. Ne, wisst ihr was, ich suche einen Video Guide. Ich hier durch Text wühlen, das geht immer nicht im Stream, das ist blöd. So, full Walkthrough. Bam. Das gucken wir uns jetzt an. So, gucken wir mal. Also, überall Zombies, blablabla. Das kennen wir schon. Der ist schon ziemlich früh in der Küche auch allerdings, ne? Vielleicht haben wir doch nicht so weit vorgespielt, unnötigerweise. Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich nur zu der Stelle skippen, wo er den Kontrollraum betritt, weil ich wissen will, wie der Schlüssel heißt. Und dann gucke ich, wo man den findet. Und dann wissen wir, ob ich was falsch gemacht habe oder nicht. Okay. Warte mal, da war Text. Aha. Der Security Room wird wahrscheinlich belockt. Da waren wir auch schon. Genau, der betritt jetzt erst zum ersten Mal das Deck, wo man dann, wo man dann in den Kontrollraum muss, um Leon überhaupt über Sicherheitskameras zu finden. Okay. In der Bar waren wir auch schon. Na ja, es kommt schon, es kommt schon ehrlich gesagt hin in die Reihenfolge, wie wir sie auch gemacht haben, ne? Ein bisschen anders, aber das stimmt schon. Das haben wir bis jetzt auch alles, würde ich sagen. Genau. Okay, aber jetzt wartet mal. Und hier findet er jetzt die Diskette. Und jetzt? Wie geht er mit der Diskette? Der benutzt ihn nicht hier, weil man die wahrscheinlich erst später braucht. Weil es heißt, mit der Diskette aktiviert man das Sprinklersystem, aber aktuell brauchen wir noch gar kein Sprinklersystem. Ist ja Quatsch. Na? Die Frage wurde mir schon oft gestellt, warum das Icon über meinem Gesicht ist im Twitch-Overlay. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was damit gemeint ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich muss mir das mal angucken, was da für ein... Was da für ein Overlay ist. Hey Kagan, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Freut mich sehr. Super cool von dir. Dankeschön. Weil ich seh das nicht, wenn ich auf meinen eigenen Stream gehe. Das ist das Komische. Okay, jetzt ist die Person hier auch in diesem weirden... in diesem weirden Kontrollraum, wo man offensichtlich nix machen kann. Genau wie ich auch. Vielleicht haben wir doch alles bis jetzt richtig gespielt. Jetzt bin ich gespannt. Was macht die Person jetzt als nächstes? Ich lasse das jetzt einfach durchlaufen und tue so, als ob ich das wäre. Ja, und jetzt fahren wir mal mit dem Aufzug hoch. Oder runter. Ich weiß noch nicht. Nee, hoch fahren wir. So. Das wäre geschafft. Achtung an dem Zombie vorbei. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt mal hier die Treppe hoch. Und dann... glaube ich nämlich... kommen wir der Sache schon näher. Moment, geht der jetzt zum Kontrollraum? Jetzt will ich aber wissen, wie und was und was? Hä? So, stopp. Earth Freedom, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub im 24. Monat. Zwei Jahre. Dankeschön. Das ist super cool. Achtung. Security Card. Rope? Irgendeine Security Card. Der hat irgendeine... Der hat einfach... Der hat einfach so irgendeine Security Card benutzt. Ich hab diese Security Card nicht. Dammit. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die andere Seite gucken. Ah, Security Card. Resident Evil Gaiden. On the body of one of the zombies wandering around. Okay. Das Spiel will mich echt verarschen, oder? Wartet mal ganz kurz. Lass mich schnell in meinem Spiel auf die Karte gucken. Das ist im vierten Stock. Ja. Die... Oh mein Gott. Sowas macht mich ein bisschen irre. Die Schlüsselkarte, die wir brauchen, wird anscheinend von irgendeinem Zombie fallen gelassen, dass wir hier oben hinten in dem Bereich, in dem Bereich töten müssen. Das gibt's doch nicht, oder? Im Ernst jetzt? Im Ernst? Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist tatsächlich im Grunde optional gewesen oder noch nicht notwendig. Das gibt's doch nicht. Das Spiel will mich doch verarschen hier. Na, okay, gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Dann haben wir schon sehr viel Vorarbeit geleistet, glaube ich, für das, was danach kommt. Ist auch nicht schlecht. Okay. Hey, Captain Smoker! Okay, äh, wartet mal ganz kurz. Genau, wenn wir jetzt hier die Treppen hochgehen, müsste es eigentlich passen. Und jetzt müssen wir hier einfach Zombies töten. Und irgendjemand davon soll angeblich die Schlüsselkarte haben, die wir brauchen. Zumindest laut dem Guide, also laut der Seite, die ich mir da angeguckt habe. Schauen wir mal, ob wir da Glück haben. Der war's nicht. Ich hoffe, das stimmt. Wir haben hier schon ziemlich viele getötet, ne? Okay. Ich glaube, für die Schubflinte muss ich die echt näher kommen lassen. Und der hat einfach die Schlüsselkarte. Der hat einfach die Schlüsselkarte. Und deswegen ist das Spiel so problematisch. Auch wenn ich das eigentlich tatsächlich ganz gerne mag. Aber sowas ist halt wirklich einfach Bullshit, oder? Wir laufen jetzt seit, na, seit, seit zwei Stunden. Seit zwei Stunden laufen wir von einem Schnitzelchen zum anderen. Und hier den Schlüssel für da und da den Schlüssel für da. Und irgendwie führt's zu nix. Und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Und der Schlüssel, den wir die ganze Zeit von Anfang an brauchen, hat einfach irgend so'n random Zombie am Anfang auf dieser Terrasse. Und das Spiel sagt einem das nicht. Kein bisschen. Oh, das tut weh. Das tut weh. Naja. Weiter geht's. An alten Metal Gear Teile von dem Aussehen her, ja. Absolut. Die Hauptfigur könnte auch eher irgendwie, finde ich, Solid Snake sein als Barry, oder? Ja. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Endlich. Let's go. Was kann ich mit diesem Zeug anfangen? Barry versucht, die Konsole mit den Hebeln zu aktivieren. Moment. Das sieht nicht aus wie eine von diesen Kreaturen. Hey, hör mal. Kannst du mich hören? Leon? Ach so. Leon? Bist du das? Hä? Du kennst Leon? Wer bist du? Ich bin Spezialagent Barry Burton. Ein Freund von Leon. Ich bin Lucia. Leon will das furchtbare Monster finden, das jeden in... in Zombies mutiert. Leon hat mich gerettet. Ich soll hier warten, bis er zurück ist. Wo ist Leon jetzt? Ich weiß es nicht. Er ist schon lange weg. Ich habe Angst. Ich höre Dinge. Oh nein, bitte. Hilf mir. Ich glaube, das Monster pocht an die Tür. Es ist hier. Bitte hilf mir. Ganz ruhig. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf dem Sonnen... Ich bin auf dem Sonnendeck. Bitte. Die Tür geht nach. Warte. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, Barry. Wir wissen, was zu tun ist. Erstmal speichern. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich den nächsten Storypunkt erreicht. Um Gottes Willen. Hi, Bushi. Und hier ist nicht mal der Granatenwerfer oder der Raketenwerfer oder irgendwas anderes. Und wir dürfen endlich... Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass uns das Spiel schon seit 15 Stunden nicht mehr speichern lässt. Ich dachte, ich hätte einen Schrei gehört. Es scheint aus östlicher Richtung zu kommen. Zum Glück waren wir jetzt überall schon. Wenigstens haben wir jetzt schon ganz gut aufgeräumt. Wenn die Gegner jetzt auch nicht respawnen, dann können wir jetzt wenigstens relativ schön immer zu unseren Missionspunkten marschieren. Weil wir haben jetzt im Grunde, glaube ich, das Schiff schon fast durchgespielt. Versehentlich. Ist ja auch nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott. Da ist der Schrei schon wieder. Das ist Lucia. Sie muss ganz in der Nähe sein. Ich kann Lucia hören. Sie ist auf der anderen Seite des Schiffes. Auf der anderen Seite des Schiffes ist aber ein bisschen verwirrend. Barry erreicht Barry. Er erreicht das Sonnendeck. Er sieht schattenhaft, wie etwas Großes und Schreckliches Lucia jagt. Hilf mir! Mach, dass es weg geht! Wenn das die B.O.W. ist, ist heute mein Glückstag. Und hier ist das Monster. Das Hauptantagonisten-Böse-Monster aus Gaiden. Der Parasit. Oh, bei allen. Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Hilf mir! Okay, Kampf. Let's go! Erster Bosskampf im Spiel. Und der sieht überhaupt nicht wie Mr. X aus. Ich weiß nicht, was ihr habt. Exhibitionisten-Mr. X. Die B.O.W. löst sich zu einer Art Amöbe auf. Dann verschwindet sie blitzschnell im Schatten. Das Ding ist einfach so verschwunden. Ich bin froh, dass es endlich weg ist. Das war schrecklich. Bist du verletzt? Lass mich deinen Arm sehen. Was zum... Nicht mal ein Kratzer. Ich hätte schwören können, dass du verletzt bist. Ich... Ich hatte Glück, oder? Oh, ja. Sieht so aus. Aber... Strafazier das Glück nicht, okay? Bleib dicht bei mir. Das Ding könnte noch in der Nähe sein. Nein, es ist weg. Warum bist du dir das so sicher? Ich weiß nicht. Ich fühle es eben. Aha. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Nein, nichts. Komm, wir wollen Leon finden. Okay. Also, es ist kein Tyrant, wenn man es genau nimmt. Aber ja, es ist der Tyrant. So, und jetzt haben wir unsere zweite Figur im Spiel. Lucia. Und ich weiß nicht, wie man hier durchwechselt, ehrlich gesagt. Aber irgendwie geht das. Aha. Wir können jetzt nämlich Lucia zum Beispiel einfach mal das Messer in die Hand geben. Weil warum sollten wir das Kind nicht schwer bewaffnen? Äh, naja, Messer geht ja noch. Und jetzt haben wir zwei Charaktere und können im Kampf durchwechseln. Speichern. Barry, hörst du uns, Barry? Hörst du uns, over? Barry hier, over. Wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Was geht da draußen vor sich? Ich habe einen Überlebenden und wahrscheinlich auch die B.O.W. gefunden. Es hat alles ausgehalten, womit ich es beworfen habe. Aber dann verschwand es. Schade. Aber wenigstens haben wir Neuigkeiten über Leon. Wir haben seine letzte Nachricht entschlüsselt. Wir glauben, dass er irgendwo bei den Kabinen der ersten Klasse ist. Danke für die Neuigkeiten. Over and out. Warum nehmen wir nicht den Lift nach unten? Das wäre viel schneller. Okay. Aber was sind denn die Kabinen der ersten Klasse? Ich hätte gerne ein Stockwerk und sowas. Das wäre gut. Keine Ahnung. Die Hintergrundmusik, während du rumläufst, macht mich wahnsinnig. Ich kann es verstehen. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Such den zweiten Liftschlüssel. Dann such nach Leon in den Kabinen der ersten Klasse im dritten Stock. im dritten Stock. Kabinen im dritten Stock. Aha. Alles klar. Na, ich sage ja, wir haben jetzt schon sehr viel vorgearbeitet. Ab jetzt können wir wahrscheinlich einfach durch einen großen Teil des Spiels durchmarschieren. Ha. Die Tür zur ersten Klasse ist wohl versperrt. Ich habe nur den Schlüssel für die zweite Klasse. Okay. Gehen wir zur zweiten Klasse und versuchen wir es da. Vielleicht finden wir da etwas Nützliches. Die hat natürlich nur... Sie hat natürlich nur den Schlüssel für die zweite Klasse. Hätt ja... Aber da gibt es... Meine Güte. Da gibt es jetzt sehr viele potenzielle Räume zu durchsuchen. Holy shit. Schlüssel für die zweite Klasse. Speichern. Und rein mit uns. Okay. Endlich. Ah. Neuer Raum. Neues Glück. Wirklich. Wisst ihr, dass da einfach so Zombies random die Schlüssel droppen? Es macht mich fertig. Das ist halt wirklich vom Game Design her echt einfach nicht gut an dem Spiel. Ne. Das muss man schon kritisieren. Dass das Spiel einerseits auch noch im Tutorial sagt, oh, versuch Kämpfe zu vermeiden, wenn möglich, weil Ressourcen sparen und so weiter. Aber dann haben irgendwelche zufälligen Monster wichtige Schlüssel-Items. Das passt halt nicht zusammen. Entweder boxe ich mich dann durch alles durch und das Spiel lässt mich erst gar nicht weitergeben, bevor ich nicht alles getötet habe. Oder die haben keine wichtigen Gegenstände. Das ist ja Quatsch sonst. Naja. Auf jeden Fall schon wieder Sturmgewehr-Munition, die wir nicht mitnehmen können. Nach Gaten kommt das Resident Evil 1 Remake dran. Ne, okay, komm, ne, ja, das hat keinen Sinn. Die Schubflinte ist eine Nahkampfwaffe. Ja, die Schubflinte ist eine Nahkampfwaffe. Oh, der Raum war eine Falle. Hier ist überhaupt nichts. Das ist so gemein. Ich glaube auch. Also, das ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber ich würde schon auch sagen, dass das Spiel für Gameboy-Color-Verhältnisse schon sehr gut aussieht. Ich glaube, das war optisch schon beeindruckend. Mit den Schatten-Effekten und dann die schönen Zombie-Modelle, wenn man in den First-Person-Kampf wechselt und sowas. Ich glaube, das sieht schon gut aus. Also, ich glaube, das war damals optisch schon relativ beeindruckend für Gameboy-Color-Verhältnisse. Wenn man sich das dann noch auf dem kleinen Gameboy-Color-Bildschirm vorstellt. Ne, ich glaube, das ist schon... Das kann schon einen Eindruck schinden. Ne, Outbreak kommt erst noch. Wir spielen die nach Release-Datum. Den normalen Zombie macht jetzt Lucia mit dem Messer fertig. Da schickt Barry jetzt das kleine Kind in den Nahkampf. Wird jetzt reingeworfen. Lucia hat immerhin auch ihre eigene Energieleiste. Die hätten ruhig ein bisschen mehr Loot hier reinstecken können. Meine Meinung. Aber gut. Ah, ich habe es nicht geschafft. Eigentlich auch wurscht. Ah, come on. Gut. Ein paar Mal daneben geschossen, aber dafür dann Headshot. Immerhin. Hi, Finch. Hier ist wirklich gar nichts in den Räumen. Das ist gemein. Ich habe mich schon auf so viele kleine Lootboxen gefreut. Hier aneinander gereiht. Das ist eine Falle nach der anderen. Aber ich will die... Ich traue mich jetzt nicht, die nicht zu töten. Beim Ende hat dann wieder einer von denen den wichtigen Schlüssel, den ich brauche. Aha. Oh, ein Schutzpanzer. Eine Kampfweste. Barry hat schon sowas? Eine Kevlarweste. Geben wir jetzt dann ihr. Okay. Resident Evil 1 Remake kam tatsächlich vor Outbreak raus. Interessant. Ja, 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 ja. Total. Das glaubt man nicht, weil das Resident Evil 1 Remake und auch Zero sehen halt optisch unglaublich gut aus für die Zeit. Die haben halt da wirklich aus dem Gamecube alles rausgeholt und mit dem vorgerinnerten Hintergrund wirklich Unglaubliches geschafft. Deswegen bringt man die zeitlich oft durcheinander. Oh, Sam Tags ist ein gefährlicher Plastikstrengstoff, der vielseitig verwendbar ist. Er könnte für das Öffnen von verschlossenen Safes genutzt werden. Wüsste ich jetzt nicht, dass wir schon mal den verschlossenen Safe irgendwie gefunden haben, aber gut. Gucken wir mal. Hi, Albert. Jetzt bin ich hier bald durch mit den Räumen, oder? Ja, ein paar haben wir schon noch vor uns. Bleibst du im Remake auch dein Solltreu und wirst drei Zombies an einer Treppe? Ach, du meinst in dem einen Raum da, die drei Zombies da, die ich nicht getötet habe? Vielleicht. Wiederholen wir das wieder, das Ganze. Schauen wir mal. Ich weiß schon, was du meinst. Komm, komm einen Schritt näher. Fischer, Haken, Brechstangen, Hausmeister, Zombie. Komm, ein kleiner Schritt. Ich treff dich nicht, danke. Gut. Ist schon, weißt du, das Spiel hätte, glaube ich, wirklich mit ein paar kleinen Veränderungen, mit ein paar kleinen Game-Design-Entscheidungen und mit ein paar Kleinigkeiten ganz gut werden können. Das finde ich echt schade. Weil, was halt super funktioniert, ist, wenn ich mich so einem Objekt nähere, so einem Schrank oder so, ne, irgendwas, und dann sehe ich dieses kleine Ausrufezeichen über meinem Kopf, das mir sagt, oh, hier ist Loot, dann habe ich sofort dieses, oi, 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 was das wohl sein wird, voll gut. Und das, äh, macht das Spiel halt echt super. Muss ich schon sagen. Jetzt ein bisschen Last of Us zocken, macht das. Genau. Ich, ich schrei. Viel Spaß im Lurk. Ne, Gaten ist nicht offiziell Kanon. Was schade ist, aber da kommen wir noch dazu, ne. Ich, ich werde das Spiel nicht spoilern. Wir werden die Story erleben, wie sie kommt, aber ich sag euch, die ist überraschend gut. Und wenn ihr nicht wisst, worum es geht, und wenn ihr nichts über das Spiel wisst, wird es euch überraschen, wo das noch hingeht. Tatsächlich. Bin ich gespannt. Ich will das jetzt nicht zu overhypen, am Ende ist es dann doch nicht so irre. Aber für ein Resident Evil Spiel schon eine gute Story. Ein guter Dietrich ist nützlich, wenn man für eine Tür keinen Schlüssel hat. Ich hab für viele Türen keinen Schlüssel. Ich hätte ehrlich gesagt gern nähere Informationen. Kann ich jetzt einfach alle Türen mit dem Dietrich öffnen, oder was? Oh, mir ist die Munition ausgegangen. Lucia, dann mach du das. Gut gemacht. Schocklinten-Munition, nice. Die grillende Zirfe aus Man in Black. Ja, so ein bisschen sieht der Dietrich aus, das stimmt. Oh, gemeine Falle. Okay. Komm doch jetzt ein bisschen näher zum Vi-Arsch. Gut. Wow, der, der am Boden liegt, lebt noch und da kommt noch einer auf mich zu. Das ist ja ein gemeiner Raum. Wetten, der ist nur eine Falle. Wetten, ich find hier nicht mal Loot. Das würde mich nicht wundern. Okay, Lucia, den staubst du ab. Wenn er näher kommt, mit dem Messer rein. Keine Angst vor dem Fleischer Haken. Gut gemacht. Sag mal, Leben, ich konnte da jetzt gerade nicht weitergehen. Ich glaub, da liegt jetzt ein Zombie auf dem Boden und versperrt mir den Weg. Jetzt müssen wir warten, bis er rauskriecht, wenn wir nicht nochmal gegen die kämpfen wollen. Die scheinen ja dann irgendwie unverschämterweise mit voller Energie wiederzukommen. Nee, das wird kippen. Okay. Autsch. Oh! Shit, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Die haben die so ge-one-hit-killed. Damit habe ich nicht gerechnet. Holy shit, jetzt müssen wir noch mal alles durchsuchen. Oh Gott. Das war richtig mies gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht mehr... Ich konnte nichts mehr drücken. Und plötzlich war sie einfach tot. Zwei Energieleisten auf einen Biss. Okay, die darf ich nicht unterschätzen, wenn es um Lucia geht. Lucia hält halt doch nicht so viel aus. Trotz Kevlarwäste. Damn, damit habe ich nicht gerechnet. Hey, der stirbt nicht. Was zur Helle. Und hier ist nicht mal was. Nein. Okay, Leute. Ich lade jetzt. Da lade ich jetzt aber noch mal neu. Die können mich mal. Ich gehe jetzt nicht in den Raum. Ich mache den nur mal auf. Damit das Spiel weiß, ich war hier theoretisch schon mal. Damit die Karte aktualisiert ist. Damit ich später nicht verwirrt bin. Und jetzt gehen wir weiter. Die können mich doch einfach mal. Ist das gemein. Also wirklich. Ich glaube, das ist eigentlich ein Passwörter zu ändern. Kommt irgendwie alle paar Wochen, oder? Hm. Hey. Sind eigentlich die Räume zufällig irgendwie... Irgendwie zufällig, was man darin findet oder so? Weil irgendwie finde ich jetzt gerade gar nichts mehr da drin. Was ist denn jetzt los? Weder Items noch Gegner. Hä? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Aber wir haben noch... Hä? Das ist aber jetzt echt gerade komisch. Sind es immer die letzten Räume, oder was? Das ist jetzt weird. Das finde ich gerade fast ein bisschen unheimlich. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das Spiel nicht korrupiert, oder so. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, das Spiel meint, ich habe hier schon alles durchsucht. Aber ich habe es nicht im Inventar. Kann das sein, dass das Savegame irgendwie korrupiert ist, oder so? So kommt es mir gerade vor, nämlich. Kein Gegner und kein Loot, kein gar nichts hier. Und ich glaube zumindest, den Dietrich, der wäre schon wichtig. Dammit. Da stimmt, glaube ich, wirklich was nicht. Was zur Hölle? Hi, Thief. Aber guck mal. Hier? Ach so, die Sturmgewehrmunition. Genau, die konnten wir nicht nehmen. Hier ist auch kein Heilkraut mehr. Warte mal, was ist denn hier los? Die Map meint irgendwie, sie ist schon gelootet worden. Was zur Hölle? Aber sie ist nicht gelootet, oder? Nee. Okay, ich glaube, das Spiel ist kaputt. Das ist schlecht. Ich glaube wirklich, das Savegame ist kaputt. Shit. Ja, ich versuche mal was. Ich lasse mich absichtlich töten. Und dann lade ich mal. Ich weiß halt nicht, wie lange der her ist. Aber ich lade jetzt mal den In-Game-Save, den ich gemacht habe. Der wird schon funktionieren, denke ich. Über Mercenaries 3D denke ich tatsächlich nach. Technisch gesehen müssen wir das schon spielen. Aber ich weiß ehrlich gesagt erstens nicht, wie das mit DS, 3DS, weil ich kann den 3DS nicht anschließen und 3DS emulieren, weiß ich nicht, ob und wie das funktioniert. Das habe ich nie gemacht. So neuere Konsolen, da habe ich mich nicht damit beschäftigt. Fühlt sich auch falsch an. Neuere Konsolen. Für mich ist der 3DS zu neu. Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Oh shit. Irgendwie ist, glaube ich, jetzt das Spiel kaputt. Ohne shit. Ohne Scheiß. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Wir können mal versuchen, das Spiel neu zu laden, ne? Uh. 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 Um. Naja, hier müsste Loot sein. Und hier müsste auch Loot sein. Und hier ist das die Gewehrmunition, die ich nicht mitnehmen konnte. Die ist noch da. Okay, das ist, das ist, das klingt, das klingt unglaublich gruselig, Albert Wesker. Dass du seit sechs Monaten nicht mehr in deinem Playstation-Account kannst und der Support kann dir nicht helfen. Das ist natürlich die Horrorvorstellung, ne? Okay, wir haben hier echt ein Problem. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich nur noch eine Lösung, die wir noch versuchen können. Ansonsten weiß ich jetzt nämlich gerade auch nicht, was wir machen. Äh... Okay. Das ist jetzt ein bisschen ein älteres Save-Game, ne? Aber so viel haben wir, haben wir nicht verpasst. Wenn wir Dialoge überspringen und so weiter, sind wir gleich wieder da, wo wir waren. Und dann gucken wir, ob es funktioniert. Hoffen wir mal. Das kann nämlich wirklich sein, dass da bei der Save-Datei was kaputt gegangen ist und das versehentlich quasi die Räume, die Locations der Item ist in den Räumen und die, äh, mein Inventar separat irgendwie gespeichert wurden, ne? Und das hat das irgendwie falsch geladen. Es geht, glaube ich, mit einer Capture-Card, aber ich weiß selber nicht. Braucht man da nicht irgendwie so ein Dev-Tool, damit man von DS aufnehmen kann? So ein richtiges Entwicklungstool von Nintendo oder so? Ich glaube, das ist auf jeden Fall komplizierter. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, da unten steht zumindest einer. Und hier ist Loot. Es hat funktioniert. Da war wirklich das, das Emulator-Save-Game einfach korrupiert. Alles gut. Dann können wir wenigstens, äh, ab hier nochmal weiterspielen. Na, Gott sei Dank, ey. Das ist ja aber schon ein sehr merkwürdiger Bug auch, ne? Ich kenne sowas nur andersrum. Das wird ja in Speedruns wird sowas in der Art öfter benutzt, damit man sich Sachen ins Inventar cheatet, die eigentlich nicht im Inventar sein sollten. Indem man irgendwelche Glitches ausnutzt, damit quasi Items von einem Save-Game ins andere transferiert werden. Also aus Zukunft Save-Games sind Save-Games, wo man die Items eigentlich noch nicht haben sollte. Das geht anscheinend in vielen Spielen, dass man die so manipuliert, dass das funktioniert. Finde ich spannend. Und alles nur, weil Lucian nichts aushält. Wir müssen da echt vorsichtig sein. Die darf... Vielleicht mache ich es andersrum, wisst ihr was? Ich mache es gleich andersrum. Das Messer. Achso, warte mal. Genau, Barry kriegt jetzt das Messer und Lucian die... Beziehungsweise, solange wir Munition haben, machen wir es so. Okay. 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 Wow. War gerade ein Headshot auf die Entfernung. Lucian ist der Wahnsinn. An der Pistole. Nicht schlecht. Ah, shit. Okay, trotzdem kriegt jetzt Lucian den leichten Panzer. Also umso mehr, weil anscheinend braucht sie den wirklich. Ich weiß nicht, ob das irgendein krasser, kritischer Treffer war oder sowas. Aber ja. Wow. Aber gerade, ich habe... Das war gar keine Absicht. Aber es war ein ziemlich guter Headshot mit der Schubflinte gerade. Ah, und hast du... Hast du die Seriennummer von der Konsole nicht? Die ist doch auf der Konsole, oder? Ja, aber von der, wo man den Account ursprünglich erstellt hat, ja. Keine Ahnung, ob ich das wüsste. Ah. Barry. Wie kann man da noch nicht schießen? Halt, war ich am Schrank? Okay, gut. Okay, wartet mal kurz. Geben wir Barry das Messer in die Hand. Die Schubflinte ist ja sowieso eine Nahkampfwaffe, basically. Dann ist jetzt sie für den Fernkampf verantwortlich und Barry für den Nahkampf. Not bad. Okay, hier haben wir den Sprengstoff wieder. Ja, ja, eben, ne, wenn man den auf so einer alten Konsole damals erstellt hat. Ja, ich verstehe schon, dass das blöd ist. Das ist halt echt gefährlich, Leute. Passt echt auf eure Accounts auf. Aktiviert zwei Wege Autodentifizierung, auch wenn's nervig ist, weil... Keine Ahnung, ich hab Millionen von Spielen in digitaler Form. Wenn die weg wären, wär das schon nicht lustig. Okay, ich speicher mal. Auch wenn wir gelernt haben, dass wir den Savegames hier nicht unbedingt vertrauen sollten. Aber ich speicher mal. Ja, wir werden alle alt, ne? Die Zeit vergeht. Ich krieg's auch manchmal... Mittlerweile krieg ich's schon langsam auf die Kappe. Aber mir ging's auch ganz lange so, dass... Keine Ahnung, dass irgendwie über Resident Evil 4 geredet wurde, das Original. Und ich dachte mir, naja, Resident Evil 4... Wie alt wird das sein? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Und dann ist es halt irgendwie einfach 20 Jahre alt. Und dann merkt man, wie alt man ist. Aber mittlerweile hab ich mich, glaub ich, damit abgefunden. Okay, die grillende Zirpe haben wir auch wieder. Die grillende Zirpe? Ah, auch gut. Von mir aus. Komm, lassen wir die einfach stehen. Und die... Ah, ich wollte den eigentlich auch einfach stehen lassen. Aber das geht nicht und der kriegt sogar noch illegale Verstärkung. Voll gemein. Nice, Lucia. Nice. Gut, ich glaub, wir haben alles, was wir haben wollten. Ich schätze mal, mit dem Dietrich können wir jetzt wahrscheinlich das Schloss in die erste Klasse knacken. Das sagt uns das Spiel zwar nicht, aber das wär jetzt ja die logische Schlussfolgerung, würd ich sagen. Und es funktioniert nicht. Und Samtex geht auch nicht. Okay, dann können wir den Dietrich vielleicht in der ersten Klasse für einen der Räume nutzen, in dem wir noch nicht können. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Dann machen wir halt das, meinetwegen. Okay. Hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich hat wieder einer von den dreien irgendeinem wichtigen Schlüssel oder so. Ach so, genau. Maschinengewehr-Molizzer. Okay, Dietrich. Aha. Für die Tür geht er. Na, okay. Meinetwegen. Aha, mit diesem Schlüssel kann man einen der Kabinen in der zweiten Klasse im dritten Stock öffnen. Die zweite Klasse im dritten Stock. Oh, yeah. Und wer mein automatisches Sturmgewehr? Ja, ja, das Ziel nicht ganz so leicht, aber seine Wirkung ist beachtlich. Das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Ich mag das Spiel. Aber wartet mal. Eigentlich, Barry, es tut mir leid. Barry, du nimmst weiterhin das Messer. Das ist halt irgendwie voll blöd, weil die Reichweite, mit der ich in dem Modus hier zielen darf, wird durch die Waffe bestimmt, die Barry ausgerüstet hat. Ich würde eigentlich lieber gern ihr das Sturmgewehr geben und nicht das Messer und so, ne? Aber gut. Sturmgewehr-Munition. Nice. Okay, jetzt wartet mal. Wir sind hier im dritten Stock, zweite Klasse. Okay, dann gehen wir jetzt da runter und machen die Tür noch auf. Und hier finden wir nix. Hä? Ich bin... Das ist die falsche Tür, oder? Ich bin in die falsche Tür gegangen. Ich habe auch den Schlüssel gar nicht benutzt. Ja, hier. Okay. Das war ganz sehr verwirrt. Dieser Schlöffel öffnet die Kabine in der ersten Klasse im dritten Stock. Gut, ich glaube, jetzt haben wir den Schlüssel, den wir brauchen. Mit dem Schlüssel für die erste Klasse können wir Leon jetzt suchen. Gut, ich komme mit. Speichern. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Wartet mal schnell. Ich will jetzt kurz wissen, welche Metascore das Spiel hat. Ich nehme an, das hat nur so eine 60er. Vielleicht, wenn die gnädig waren, eine 70er-Wertung bekommen. Ich finde, ich persönlich denke, Game Boy Color, aber in welchem Jahr ist es nochmal erschienen, das muss ich mir nochmal kurz anschauen. Das muss in die Wertung mit einfließen. Es ist halt nach Code Veronica erschienen. Das muss man halt auch sagen. War halt schon nach 2000. Wenn es jetzt ein Spiel von 98, 95 wäre, wäre es nochmal ganz was anderes. Ende 2001, 2002 fast erschienen. Ja, okay, okay, okay. Ich würde trotzdem sagen, das ist eine 72 für mich eigentlich. Ich würde vom Gefühl her jetzt sagen, 72 ist eine gute Score für das Spiel. Vielleicht auch nur eine 70. Irgendwie so. Aber 60 fände ich zu streng. Ich gucke mal. Resident Evil Gaiden. Hat das überhaupt eine Metacritic-Score? Ich glaube, das wurde nie bewertet. Nee, ich finde wirklich zu Resident Evil Gaiden nix auf Metacritic. Das hat zumindest keine Metacritic-Seite. Von Gamespot hat es eine 5 von 10 bekommen. Das finde ich viel zu gemein, muss ich sagen. Honest Games ist eine 2 von 10. Ich weiß nicht, wie Honest... Ich kenne Honest Gamers nicht. Keine Ahnung, wie die bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Spiel wahrscheinlich wirklich eine 5 geben. Oder eine 4 sogar. Aber in dem Wertesystem, das halt einfach mal existiert, wo alles unter 70 kompletter Müll ist, würde ich sagen, eine 70 ist es schon noch. Aber okay. Hier haben wir noch GameStar und nur eine Bilderreihe. Okay, keine Ahnung. Das Spiel wurde nie getestet. Das hat offensichtlich nie irgendjemanden interessiert. Machen wir weiter. Du kannst als Erster eine Metacritic schreiben. Ich glaube, so funktioniert Metacritic nicht. Aber, ja. Also, User-Score, ne? Keine Ahnung, ob es eine User-Score gibt. Aber würde... Ich glaube, ich habe das Spiel... Ihr könnt ja gerne mal selber gucken. Ich habe das Spiel auf die Schnelle gar nicht gefunden auf Metacritic. Nicht mal eine Seite davon quasi. Was ich schon sehr seltsam finde. Ich finde eben wirklich auch, es hat absolut seine Schwächen. Oh, guck mal, da unten ist plötzlich so ein Pult. Ich weiß nicht, warum. Es hat absolut seine Schwächen und ich würde auch nicht sagen, dass es gut ist, aber es ist schon Spaß. Warte, das Monster. Es ist irgendwo. Barry, was, wo? Ach so. Was, wo? Ich kann keine Richtung sagen, aber es ist hier. Bestimmt. Okay. Oh. Oh. Zum Glück haben wir ein neues Maschinengewehr. Oh Gott. Yeah. Weggebrezelt. Hey, Lucia, was ist los? Woher wusstest du, dass das Ding hier irgendwo sein würde? Ich habe dir doch gesagt, ich kann seine Anwesenheit fühlen. Okay, ich würde dir gern glauben, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir etwas verschweigst. Ich kann es immer noch fühlen. Es ist ganz nahe. Nein! Dieses Ding hat sich gerade Lucia geschnappt. Und ist dann verschwunden. Bip, 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 bip. Naja, dann sind wir wieder nur Barry, aber dafür haben wir jetzt ein Sturmgewehr. Hat Lucia wenigstens ihre Pistole? Naja, die hat sie fallen lassen. Das ist gut. Okay, Barry, dann gehen wir allein in die erste Klasse. Schauen wir mal kurz. Okay, hier gibt es wieder sehr viele erste Klassen Zimmer zu durchsuchen. Gucken wir mal, was die erste Klasse so an Loot für uns bereithält. Bis jetzt leider noch nichts. Mehr Spaß als... Also ohne Witz jetzt. Ohne Scheiß. Ich will Resident Evil 6 gar nicht so haten. Ich mag es halt einfach nicht, das Spiel. Ich finde es nicht gut. Aber ohne mich drüber lustig machen zu wollen, spiele ich lieber Gaiden als Resident Evil 6. Ich finde Resident Evil Gaiden besser als Resident Evil 6. Ganz unironisch und ehrlich jetzt. Ohne Witz. Sagt mal, irgendwie haben die nur Betten und Teppiche in der ersten Klasse. Die haben überhaupt keine Schränke oder Kissen. Was machen die denn mit ihrer Kleidung? Ja, die haben wahrscheinlich Butler, die den ganzen Tag in ihren Zimmern stehen mit der Kleidung in der Hand. Und deswegen brauchen die keine Schränke. Ah, keine Ahnung. Nein, trifft doch. Nein, Barry. Das ist so wertvolle Munition hier. Du musst schon treffen damit, bitte. Die Zimmer sind schon wieder alle nutzlos und leer. Na gut. Vorsicht Barry, Vorsicht. Naja, finde ich eben auch nicht. Ich finde es auch als Actionspiel nicht gut. Wenn es ein gutes Actionspiel wäre, hätte ich ja auch nichts dagegen gehabt. Das hätte ich schon gespielt. Aber ich finde, das ist auch einfach ein lames Actionspiel. Ich kann... Ich kann da nichts... Ich kann nichts Positives über Resident Evil 6 sagen einfach. Ich finde es in jeder Hinsicht schlecht. Ah, shit, ey. Das Spiel leckt plötzlich so. Was ist los? Das Gameplay macht mir auch überhaupt keinen Spaß von Resident Evil 6. Es nervt mich nur. Also, ich finde es einfach durch und durch frustrierend und schlecht. Ich mag es einfach wirklich nicht. Ich verabscheue es, könnte man sagen. Wenn man melodramatisch sein will. Ich habe es auch mit einem Freund zusammengespielt, als es rauskam. Und wir haben uns darauf gefreut und dachten uns, ja, wir machen jetzt die Nacht durch und spielen Resident Evil 6. Und nach zwei Stunden oder so haben wir eingepackt, weil wir gesagt haben, okay, es ist einfach stinklangweilig. Was Ada Wong will so? Wie kommst du darauf, dass es Ada Wong ist? Ich habe irgendwie einen Raum vergessen anscheinend. Ach so, weil der verschlossen ist. Ja, das macht Sinn. Okay, wir haben jetzt wirklich nur noch eine Tür, die letzte hier. Wenn da jetzt auch nichts drin ist, dann hat uns das Spiel wieder mal voll verarscht. Das war der schlechteste Schuss überhaupt. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Die Pistole ist sehr viel langsamer als das Sturmgewehr. Okay. Okay. Das geht ganz schön weit runter. Zum Glück haben wir ein Seil dabei. Leon! Ich kann nur eine Person erkennen. Ich glaube, es ist Leon. Barry steigt das Seil hinab, um Leon zu erreichen. Komm, Leon, wach auf! Leon, komm wieder... Ach so. Leon kommt wieder zu sich. Oh, mein Kopf! Barry! Was machst du hier? Also, äh, 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 als du dich nicht gemeldet hast, hat jemand den Alarmknopf gedrückt. Sie haben mich gerufen, um dich rauszuholen. Ach so. Tut mir leid. Ach so. Ach so. Warte. Tut mir leid. Warte. Da war ein Mädchen. Ja, ich weiß, Lucia, oder? Sie wurde von diesem, diesem Ding gefangen. Weißt du etwas an diesem Mädchen ist mir nicht geheuer. Was denn? Sie hat diese besondere Gabe. Vielleicht ist sie die B.O.W., nach der wir suchen. Ja, klar. Und was ist mit dem Ding, das sie geschnappt hat? Ja, aber... Pass auf. Im Moment bin ich sicher, dass dieses Ermögen-Ding ziemlich genau das ist, wonach wir suchen. Und bis ich nicht vom Gegenteil überzeugt werde, werde ich alles tun, um die einzige Überlebende aus dieser Hölle hier zu retten. Du hast recht. Es gibt keinen Kont... Es gibt einen Kontrollraum auf dem Weg, den ich gekommen bin. Wir können sie vielleicht mit den Überwachungsmonitoren finden. Okay, anscheinend lag Leon hier einfach direkt, direkt neben so einem Zombie. Oh nein, aber sie hat echt die Keffler-Weste mitgenommen. Das ist ja gemein. Leon, dann kriegst du jetzt für den Nahkampf quasi, würde ich sagen, die Schobflinte und Barry die Pistole bzw. das Sturmgewehr. Ah, genau. Dann speichern wir hier auch nochmal. Ja, Lians Gesicht ist irgendwie nicht so detailliert wie das von Barry, ne? Ich find's auch komisch, als wäre es ein anderer Zeichenstil irgendwie. Der hat keine Linien im Gesicht bekommen. Barry ist irgendwie viel markanter gezeichnet. Leon nur so angedeutet. Ich glaub, es wirkt wirklich so, oder? Als wären das für unterschiedliche, äh, Wetten. Irgendwer von denen hat wieder einen wichtigen Schlüssel. Aber ich geh jetzt einfach mal weiter. Als wären das andere, hätten das verschiedene Leute gepixelt in verschiedenen Stilen. Aha! Jetzt sind wir hier wieder. Alles klar. Wow, das war ziemlich gut, Barry. Leider lebt das eine Zombie. Wo hänge ich denn, um Gottes Willen? Aber da war irgendwo Loot. Hä? Bei dem Stuhl. Da liegt einfach Pumpkin-Munition bei dem Stuhl. Man muss wirklich alles durchsuchen in dem Spiel. Meine Güte. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sollte die Crew in ihrer Freizeit lesen. In der Bücherei im zweiten Stock gibt es vielleicht technische Bücher. Okay. Oh, die hab ich wirklich gar nicht gesehen. Was für eine gemeine Falle. Okay, Barry. Das war unser letzter Pistolenschuss. Ah, und dieser, hey, es ist wirklich, das Spiel ist so gemein und random einfach, so random, dass dieser weibliche Zombie, den ich fast nicht gesehen hätte, aus dem Schatten, den Schlüssel für die Bücherei hat, den wir brauchen. Oh, wir sind vergiftet. Oh, oh, Mist. Ich weiß nicht, ob ich Kraut habe, das Gift heilt. Aber zum Glück hält Gift in dem Spiel auch nur relativ kurz. Netterweise. Wer ist denn vergiftet? Barry? Wir beide? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wow, hier sind sogar Regale im Hintergrund. Boah, das ist unmöglich. Komm näher, danke. So, schon besser. Okay. Ah, heilt giftige Infektionen und schwere Schäden. Mit dem lila Kraut könnten wir uns entgiften. Aber ehrlich gesagt, ach, wir hätten sogar noch lila Kraut. Aber ehrlich gesagt geht's Barry noch zu gut. Ah, Leon ist offensichtlich vergiftet. Und dem geht's nicht mehr gut. Hau dir, hau dir lila Kraut rein, Leon. Alles gut. Ah, guck. Kampfpanzer. Perfekt. Den kann nämlich gleich noch Leon benutzen. Okay, Leon, du bist dran. Ich wähle dich, Leon. Leon setzt Pumpgun ein. Das ist nicht sehr effektiv. Leon hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Granatenwerfer. Hm, schade. Hätte ich gerne. Ist auch toll, dass beim Schiffskiosk in der Kühlabteilung Granatenwerfer-Munition ist. Finde ich gut. Was war denn das hier bitte für ein Kreuzfahrtschiff? Kreuzfahrtschiff. Wie sagt man denn da? Kreuzfahrtschiff? Kreuzfahrschiff. Ich hab keine Ahnung. Kann nicht mehr reden. Ein Kreuzfahrtschiff. Egal. Hauptsache Zombies. So. Ähm. Das war gerade. Das sollte nicht so sein, oder? Dass ich einfach durch Wände durchgehe. Aber hey. Was tut man nicht alles für Schrubflin? Und ein Schlüssel im Klo. Schlüssel für die medizinische Praxis im zweiten Stock. Okay. Gut. Sehr gut. Ja, die haben halt einfach sehr viele Gegner in verschiedenen Farben neu recycelt, anstatt unterschiedliche zu machen. Okay. Wir haben jetzt... Da muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben ein Schlüssel für die Bücherei im zweiten Stock. Und ein Schlüssel für die medizinische Praxis im zweiten Stock. Naja, guck. Immerhin. Wir befinden uns im zweiten Stock. Wie passend. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass ich da durch die Tür durch bin, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas kaputt gemacht hab. Weil die Tür hat keine Hitbox. Ich kann die auch nicht öffnen. Ich kann mit der nicht interagieren. Das Spiel checkt auch nicht, dass ich da schon drin war. Wenn ich auf die Karte gucke, sagt mir das Spiel, nö. Ha. Und wie die Musik nervt, Frozen. Und wie die Musik nervt mittlerweile. Aber man gewöhnt sich dran. Ich hör sie schon gar nicht mehr. Also jetzt nach drei Stunden oder so, blende ich es wirklich schon so ziemlich aus. Okay, wir haben da zwei Türen, ne? Die versuchen wir jetzt einfach mal. Oh mein Gott. Der ist aber ganz schön in den Zombie-Nachschub gekommen. Die haben sich vermehrt, während wir weg waren. Und wie. Eigentlich sollte, ne? Eigentlich sollte natürlich Leon mit dem Messer kämpfen. Aber wir haben es hier noch nicht mit Resident Evil 4 Leon zu tun. Das darf man nicht unterschätzen. Wir sind hier nur Raccoon City Police Department Leon. Das ist natürlich schon was anderes. Ah, Mist. Naja, aber mit der Schrubflintheit hat Schotten kann er. Hey, warte mal. Da jetzt... Oder? Warte. Geht das? Ne, es geht nicht. Okay. Da jetzt eh beide Kampfpanzer tragen und es ja eigentlich wurscht ist, übernimmt jetzt wirklich Leon mal den Nahkampf und Barry den Fernkampf. Einfach damit... Weil Barry die Haupthauptfigur ist. Damit ich einen größeren Radius habe, wenn ich ziele. Oh, der steht aber auch gemein. Komm her, du Arsch. Hilft dir nix. Naja, aber neue Gegner bedeuten in der Regel, dass wir auf dem richtigen Pfad sind, wenigstens. Schauen wir mal, ob einer der beiden Schlüssel hier passt. Ja, gleich der erste. Das ist offensichtlich die Bücherei. Und hier finden wir technische Bücher anscheinend. Gucken wir mal. Komm, komm. Na komm. Ja, Headshot. Die Crew soll die Küche im dritten Stock für ihre Essenspausen benutzen. Die Küche befindet sich neben dem Salon mit Meerblick. Okay. Danke für diese random Information. Dieser Schlüssel öffnet den Schiffssalon im dritten Stock. Da, wo die Crew ist. Und Pistolen-Munition. Darf natürlich in keiner Bibliothek fehlen. Das war das, das... Wie hieß das? Das Fix- und Foxy-Heft mit Munition zum selber basteln. War da wahrscheinlich in der Bücherei. Okay, aber dann gucken wir mal. Weil eventuell können wir die Tür hier auch gleich noch öffnen, nachdem wir den da erschossen haben. Leon, du bist dran. Setz Messerstich ein. Sehr gut. Leon ist mein Lieblings-Pokémon. Ich würde sagen, mein zweit. Erst kommt Mewtwo. Und dann kommt Glurak. Und dann kommt Leon. An dritter Stelle. Immerhin. Er ist in meiner Top 3. Aber nix gegen Barry. Ich mag... Ich hab alle... Alle gleich lieb. Oh mein Gott, ist hier viel Heilmittel zu looten. Das finde ich mal sehr schön von dem Spiel. Dankeschön. Aber der Raum ist tatsächlich anscheinend komplett optional. Also, dass wir den jetzt hier geöffnet haben, hat uns einfach nur sehr viel Heilung gebracht. Ich glaube, da hätten wir nicht unbedingt rein gemusst. Cool. Oh. Diamet ist anscheinend ein noch besserer Panzer als Titanium. Den rüsten wir mal aus. Wie geht's, Leon? Leon geht's gut. Dass die Energie weiß dargestellt wird, wenn man die Figur nicht ausgewählt hat, ist auch komisch, weil man sieht überhaupt nicht, wie viel Lebensenergie die jeweils noch haben. Sehr seltsam. Okay. Okay. Wir haben jetzt hier... Einen Schlüssel, der dem Schiffssalon im dritten Stock öffnet. Wir sind im zweiten Stock. Der Schiffssalon könnte entweder da ganz hinten sein oder ganz auf der Seite, wo ich jetzt gerade bin. Nehmen wir mal an... Gehen wir mal davon aus, das Spiel ist nett. Und dann nehmen wir den Aufzug hier nach oben. Nee, äh... Wir machen jetzt... Eigentlich streame ich immer nur bis neun. Aber da wir gestern ein bisschen kürzer gemacht haben, 20 Minuten oder was es war, machen wir heute ein bisschen länger. Aber durch werden wir heute leider nicht mehr kommen. Nächste Woche dann. Nächsten Dienstag, 18 Uhr, werden wir es durchspielen. Ich schätze mal, dass wir es dann auch wirklich durchspielen. Das sollte in sechs Stunden machbar sein. Wir sind jetzt tatsächlich nicht lange hängen geblieben eigentlich. Am Anfang dachte ich, dass wir hängen geblieben sind und ich ganz viel umsonst gemacht habe. Aber tatsächlich war das eh alles schon für die Zukunft. Insofern habe ich nur das spätere Spiel abgekürzt. Ich glaube, das schaffen wir. In zwei Streams. Nachgelden kommt das Resident Evil 1 Remake. Und Zero werde ich im Grunde so ein bisschen parallel dazu. Weil ich im Februar werde ich ein bisschen Urlaub machen für ein paar Wochen. und Zero wird da wahrscheinlich als Let's Play Reihe auf dem Let's Play Kanal online gehen, während ich nicht streame. Als Überbrückung quasi. Und dann... Ja, was ist denn dann? Dann kommt... Glaube ich... Dann kommen, glaube ich, die Outbreak-Teile, oder? Muss ich mal nochmal nachgucken. Aber haben wir ihnen noch genug zu tun bis dahin. Und wir haben noch viele sehr, sehr coole Bonus-Spiele. Ah, guck mal. Der hatte wirklich ein Schlüssel-Item. Das ist gemein. Mit dieser Zugangskarte hatte man Zugriff auf einen Computer im Computerraum im dritten Stock. Alles klar. März. Also, ich weiß noch nicht genau, wie lang ich mir eine Auszeit nehmen kann. Ich werde so viel vorproduzieren wie möglich. Und im Idealfall nehme ich mir wirklich mal vier Wochen Auszeit von allem. Also Podcasts, Streamen, Videos, alles, ne? Aber ich will natürlich nicht, dass auf dem Kanal keine Videos online gehen in der Zeit. Das heißt, ich muss da genug vorproduzieren. Und ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, dass ich mir vier Wochen leisten kann. Muss ich mal gucken. Aber dann würde ich Mitte März wieder einsteigen, ja. Leon, lass ihn, lass ihn nahe kommen. Er hält eh nichts mehr aus. Schau. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh, guck mal, das ist ja die Küchentür. Schön. Für so ein Game Boy Color Spiel wirklich schön. Oh, da ist ja noch jemand. Da ist ja noch wie viele... Ach. Was war denn hier in dieser Küche los? War da gerade eine Party? Vielleicht haben sich Leute verbarrikadiert oder so. Aha. Und die hat den Schlüssel... ...in eine der Kabinen der ersten Klasse im dritten Stock. Ach Gott, ey. Das Spiel schickt einem wirklich hier von A nach B nach C zurück nach A über D nach B wieder. Es ist wirklich so, um Gottes Willen. Jetzt gehen wir erstmal noch da unten rein, wenn möglich. Wie viele Küchen hat das Schiff eigentlich gehabt? Gibt's da irgendwie... Gibt's da irgendwie einen Grund dafür, warum das... Warum wir hier 15 Küchen haben in dem Spiel? Ach shit, ich muss Barry das Messer geben. Das funktioniert leider alles nicht so gut. Barry ist schon die Haupt-Hauptfigur. Zumindest aktuell. Ich glaub, in der Mitte des Spiels ändert sich das tatsächlich. Da wird mal eine Zeit lang Leon die Haupt-Hauptfigur. Aber aktuell ist es halt schon so, dass wir... ...vor allem auf Barry gucken müssen, was der ausgerüstet hat. Leon ist halt nur eine Begleitperson. Kompüse nennt man das, glaub ich, auf dem Schiff. Ja, kommt mir auch bekannt vor, auf jeden Fall. Wie viel Kompüsen hat das Schiff denn? Frag ich dann halt. Wie viel Kompüsen kann man brauchen? Kompüse ist schon irgendwie ein lustiges Wort. Finde ich. Aha. Und wir finden in dieser Kompüse hier nur grünes Kraut. Jetzt überlege ich, ob wir den da noch kaputt machen. Nicht, dass der wieder irgendwas Wichtiges droppt oder so. Na, andererseits hätte ich den, glaub ich, auch looten können, wenn er so am Boden liegt. Ohne, dass er ganz besiegt ist. Naja. Das hat sich nicht gelohnt, da wegen grünem Kraut reinzugehen. Wir haben, glaub ich, mehr Schaden genommen, als wir grünes Kraut bekommen haben. Aber okay. Macht ja nix. Okay. Also, jetzt gucken wir noch mal kurz. Wir haben jetzt folgende Schlüssel. Wir haben einmal... Achso, wir haben nur einen Schlüssel. Nee, nee. Wir haben eine Schlüsselkarte, genau. Wir haben einmal hier den Schlüssel, mit dem können wir eine Kabine in der ersten Klasse im dritten Stock öffnen. Und mit der Zugangskarte Zugriff auf einen Computer im Computerraum im dritten Stock. Das weiß ich natürlich nicht mehr, was der Computerraum im dritten Stock war. In der ersten... Warte mal, hä? Ah! Ja, okay. Okay. Zumindest... Okay. Gut. Das heißt, wir gehen hier runter. Oder fahren mit dem Aufzug runter. Oder hoch. Ich glaub, fast ich fahr mit dem Aufzug lieber hoch. Ich glaub, wir gehen lieber oben lang, statt unten lang. Wenn das so ein großer Luxusdampfer ist, dann können das mehrere Kumbusen sein. Okay. Ich kenn mich nicht aus mit Luxusdampfern. Dann hat der... Auf jeden Fall hat der mindestens drei. Bis jetzt. Und in jedem stehen mindestens 30... Ach, was sag ich? 50 Öfen und Herde. Tausende von Herdplatten kombiniert, glaub ich. Glaub ich wirklich. Tausende ist vielleicht übertrieben, aber definitiv hunderte von Herdplatten. Kann ja sein. Am ist noch nicht. Okay. Der Chef hat viele Kabinen und Kombüsen. Kann ich mit dem Aufzug gar nicht nochmal höher fahren? Aber es geht gar nicht mehr. Dann sind meine wundervollen Pläne vernichtet, leider. Ach so, ich könnte die Treppe nutzen. Ja, gehen wir. Gehen wir die Treppe. Mir kommt der Weg obenrum leichter vor als untenrum. Definitiv. Wobei ich nicht weiß, was das Spiel uns oben wieder für neue Gegner gespawnt hat. Da ist schon mal ein Hausmeisterwächter, der vorher nicht da war. Gucken wir mal, ob wir durchkommen hier. Ohne viel kämpfen. Wenigstens haben wir mal einen anderen Soundtrack. Schon allein dafür ist es wert, oder? Gewagt, Barry. Aber das haben wir gut gemacht. Moment mal. Wollten wir nicht eh nochmal in den Computerraum über... Mit den... Ja, natürlich. Hauptmission. Hauptstory. Ich bin schon wieder sonst irgendwo. Wir wollten ja eh hier rein. Gut, dass ich zufällig eher versehentlich hierher gegangen bin. Wir wollten ja gucken, wo das Monster das Mädchen hingebracht hat. Da sind die... Sie sind... Was? Es will wohl zum Oberdeck. Das macht doch keinen Sinn. Soweit wir wissen, hat das Ding jeden an Bord ausgeschaltet. Warum tötet es da nicht einfach das Mädchen? Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß, dass du denkst, dass sie das Monster ist. Aber warum macht sie dann dieses Ding nicht einfach fertig? Das stimmt schon, aber... Sieh mal. Wenn du dir über ihre Gabe Sorgen machst, darüber weiß ich Bescheid. Bevor du an Bord gekommen bist, konnte ich mich eine Weile mit ihr unterhalten. Vor zwei Jahren wurde sie aus einem Waisenhaus adoptiert. Sie sagt, dass sie seitdem ein Klingeln in den Ohren hat. Ein Klingeln? Ja. Anscheinend hat sie einen enormen Hörsinn. Ganz zu schweigen von ihren anderen Sinnen. Sie hat mir auch erzählt, dass ihre Wunden schneller heilen als die anderer. Ihre Gaben haben sie sogar bei den anderen Kindern unbeliebt gemacht. Sie haben sie nicht angenommen, weil sie anders ist. Sie sagen, dass es so schlimm wurde, dass ihre Adoptiveltern sie zu Verwandten nach Europa schicken wollten. Deshalb ist sie auf dem Schiff. Und nicht, weil sie aus einem Umbrella-Labor ausgebrochen ist. Das klingt alles nicht sehtüberzeugend. Was? Gott, warum versuche ich es überhaupt? Kannst du nicht wenigstens von ihrer Unschuld ausgehen, bis sie sich schuldig erwäist? Das Monster auf dem Weg zum Oberdeck ist ein größeres Problem. Wenn wir das Ding fertig machen und gleichzeitig das Mädchen retten können, wo ist dann das Problem? Na komm, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Los! Naja. Leon ist noch sehr naiv in dem Spiel. In dem Teil. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, da waren wir ja sogar auch schon, ne? Da kommen wir auch relativ leicht hin. Wenn ich jetzt hier weitergehe, können wir die Aufzüge... Hä? Ich bin verwirrt. Genau, können wir die Auf... Okay. Ah, perfekt! Da wollten wir nämlich sowieso hin. Let's go! Barry. Und Leon. Björn oder Larry. Larry ist gut. Leon und Barry sind Larry. Als Teamname. Larry Curtin oder Benedy. Ich bin für Larry Curtin. Okay, Team Larry Curtin, go! Oh, wenn die das Mädchen wieder im Team haben, wird's anstrengend mit dem Namen. Dann weiß ich's auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie das mit Nachnamen heißt. Aber Larry Curtin ist gut. Könnte so ein Sänger von einer Band sein, finde ich, Larry Curtin. So. Jetzt sind wir bei den Aufzügen. Und mit den Aufzügen fahr ich jetzt erst mal runter. Und jetzt bin ich hier. Das ist gut. Und jetzt gehe ich mal noch in die... In die eine verschlossene Kabine, für die wir den Schlüssel noch gefunden haben. Nachdem wir hier gegen die gekämpft haben. Oh! Das war immer Nick Leon. Okay. Aber dass die hier überall neue Gegner platziert haben, ist schon gemein, ne? Deswegen hatten wir's bei unserer ersten Erkundung vom Schiff so leicht. Weil... Da, äh... Ist... Weil wir die Story nicht weitergespielt haben, nix Neues gespawnt. Insofern war's vielleicht gar nicht blöd. Dass wir im Grunde versehentlich so viel schon erkundet und gemacht haben, bevor wir die Story weitergespielt haben, überhaupt. Gaswerfer? Wie viele Waffen gibt's denn noch in diesem Spiel? Okay, gehen wir. Lassen wir die hier stehen. Ein paar Heilkräuter konnten wir mitnehmen. Passt schon. Let's go. Stand da schon immer Gaswerfer und ich hab nur Granatenwerfer draus gemacht, weil ich nicht richtig gelesen hab, oder... Ist das wirklich... Sind das wirklich zwei separate Waffen? Wir werden's vielleicht noch rausfinden. Oh, warte mal! Die ist schon... Oh Gott, ich dachte, die ist noch ein Feld entfernt von uns. Keine Ahnung. Warum? Oh, ich komm nicht an denen vorbei hier. Ist alles zu eng. Ja, und die Musik dudelt vor sich hin. Das stimmt. Der Doodle-Simulator. Mit... Larry Curtain. Manchmal hab ich das Gefühl, die sterben irgendwie einfach so. Ich weiß auch nicht. Manchmal hab ich das Gefühl, ich treff die nicht und dann fallen die plötzlich tot um. Vielleicht verursacht das Messer Blutungsschaden. Wenn schon die Gegner respawnen, aber die respawnen halt auch, ne, nicht random, glaub ich. Die respawnen schon anhand von Story-Fortschritt. Aber wenn die schon respawnen, könnten die auch die Behälter wieder befüllen, find ich. Barry, mit deiner Diamanten-Rüstung oder was auch immer du da anhast, schaffst du die schon mit Messer. Keine Sorge. Okay, der Nächste. Okay. Die machen wirklich kaum Schaden. Die Diamanten-Super-Rüstung ist schon echt super. Da kann man schon mal mit dem Messer ein paar so Halunken verhauen. Aber wir müssen es ja nicht provozieren, wenn sich's vermeiden lässt. Wir haben immerhin gleich einen Boss vor uns. Um Gottes Willen. Barry. Glaubst du, wir können den Boss auch verhauen? Ja, da speichern wir lieber wirklich mal, ne? Oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich noch mal ein anderes Problem. Wir haben keine Munition für irgendwas. Eieiei, na, gucken wir mal. Da muss ich noch mal kurz gucken. Diese komische Schlüsselkarte. Was war das? Zugangskarte hat man Zugriff auf einen Computer im Computerraum im dritten Stock. Ne, da sind wir nicht, oder? Wir sind im Erdgeschoss. Im zweiten Level. Oh, Feuer. Ähm. Wir haben doch zufällig einen Feuerlöscher. Oh, Quatsch. Ich hab mich verdrückt. Unnutzbar. Okay. Sicher? Sicher, dass wir den nicht nutzen wollen? Okay, der ist unnutzbar. Wir müssen den jetzt mit dem Messer bekämpfen. Oh Gott. Ich hätte Barry vielleicht vorher heilen sollen, wenigstens. Barry macht das schon. Während der uns boxt. Der sieht schon lustig aus, oder? Ah, guck. Solange wir unsere Diamantrüstung haben, kann der uns gar nichts. Illusia! Leon, du lebst. Irgendwie wusste ich, dass du es schaffen würdest. Oh oh. Grüner Glibber. Gedärme Tentakelmonster. Tyrant. Ich kann es kaum glauben. Dieses Ding kann nicht aufgehalten werden. Los, wir verschwinden von hier. Los jetzt sofort. Verfolgt mich das jetzt wirklich noch? Hm. Was sagt denn unser PDA? Entkomme der BOW und erkunde das Schiff weiter. Okay. Okay. Da komme ich ja jetzt. Ja, wir haben... Niemand hat eine Waffe. Wir haben aktuell keine Munition für gar nichts. Für gar nichts. Leider. Computerraum im dritten Stock. Ich habe keine Ahnung, was der Computerraum im dritten Stock ist. Ich würde am ehesten sagen, das weirde da hinten. Aber wie kommen wir da hin? Über die Aufzüge. Und wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Über die Aufzüge. Und da brennt es. Und wir müssen aber der BOW entkommen. Ich darf jetzt wahrscheinlich nicht aufs Schiffsdeck gehen, oder? Ich speichere mal schnell. Ich speichere mal schnell, weil ich mal versuchen werde, dass ich jetzt da... Weil ich kann ja leider hier den Feuerlöscher irgendwie nicht benutzen, was ich auch nicht verstehe. Hä? Warte, ich bin falsch gegangen, oder? Nö. Jetzt das Feuer einfach weg. Ah, okay. Ah, komm, wir waren schon vorbei, du Arsch. Ah, guck, es war auf jeden Fall richtig. Plötzlich erschüttert eine Explosion die Starlight. Lucia, du bist verletzt. Oder so. Ich bin in Ordnung. Das Feuer breitet sich aus. Wenn es den Maschinenraum erreicht, wird das Schiff explodieren und wir gehen mit ihm in die Luft. Ich werde über Funk den Helikopter rufen. Wir müssen von dieser schwimmenden Todesfalle verschwinden. Mayday, Mayday, HQ, hört ihr mich? Antworten, over. Hier ist das Hauptquartier, over. Ich habe Leon gefunden. Wir haben auch noch ein Mädchen bei uns. Sie scheint die einzige Überlebende zu sein. Was ist mit der BOW? Wir arbeiten daran. Im Moment haben wir andere Sorgen. Das Schiff kann jeden Moment sinken. Wir brauchen einen Helikopter für eine sofortige Evakuierung. Negativ. Wir können in diesem Sturm keinen Helikopter hochbringen. Haltet uns, bis der Sturm, haltet aus, bis der Sturm vorbei ist. Sobald das Wetter ruhiger ist, holt ein Helikopter euch da raus. Gut. Mal sehen, ob das Schiff sich auch an diesem Plan hält. Noch etwas. Wir haben neue Informationen über die BOW erhalten. Vielleicht ist sie damit zu finden. Sie hat grünes Blut. Ich wiederhole. Sie hat grünes Blut. Bitte bestätigen. Grünes Blut. Oh. Verraten. Ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver- Das stand nicht verstanden, oder? Ich glaube, das hätte es sein sollen. Tja, es sieht so aus, als hättest du dich getäuscht. Oder ich konnte es irgendwie nicht lesen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, schön. Hör zu, Leon. Ich will versuchen, einen Sprinkler oder etwas zu finden, das das Feuer aufhalten kann. So können wir etwas Zeit gewinnen, bis der Helikopter kommt. Was hast du vor? Vertrau mir. Ich bin gleich zurück. Ach so, vertrau mir. Ich bin gleich zurück. Ja, sicher. Ja. Oh, ich verdrück mich voll. Hallo? Okay. Lucia, bleib dicht bei mir. Auf Hightech-Schiffen, die wie diesem hier, wird alles durch den Hauptcomputer gesteuert. Lass uns in den Computerraum gehen. Dort können wir versuchen, die Sprinkler zu aktivieren. Okay. Ich bin gleich hinter dir. Moment mal, bin ich jetzt wieder nur Barry? Oder bin ich jetzt Leon und Lucia? Ich bin Leon und Lucia. Okay. Und wo wollen wir jetzt hin? Ah, da oben hin. Da wollte ich sowieso hin. Trifft sich gut. Aber ich würde sagen, wir heute machen wir Schluss. Schön war es. Ich speichere nochmal. Hoffentlich ein Save-Gain, das nicht kaputt ist und uns alles zerschießt, wenn wir nächste Woche Dienstag 18 Uhr weiterspielen. Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Trotz der nervigen Musik. Wir werden das nächstes Mal beenden, würde ich sagen. Und ja, ich habe hier auf einem Knopf Resident Evil 4 Save-Room Musik. Warum nicht? Genau. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr da wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ach ja, danke für Abos und Bits und alles. Super cool von euch. Dankeschön. Bis nächste Woche Dienstag. Gute Nacht. Ciao.